Oh, lovin' ain't no crime, oh no, I see your man ain't here, he don't care, and where the night is gone. Einen wunderschönen guten Samstagnachmittag hier live aus Simmerich TV zum ersten Lauf der GT3 Multi-League Team Championship 2013 und 2014 live aus Barfranco-Champ. Mein Name ist Christoph Weber, ich begrüße euch recht herzlich zum Saisonstart dieser zweiten GT3-Saison. Und für diejenigen, die sich fragen, da ist doch noch ein etwas älterer Herr, sonst immer mit dabei, wo ist denn der? Das ist nämlich der Lutz Enger, der kommt ebenfalls gleich, denn gleich geht's los, der erste Lauf, 24 Stunden, Barfranco-Champ. So, da sind wir auch live schon auf der Strecke, fügen wir den Text noch eben draus. Perfekt, wir sehen auch schon ein paar Autos auf der Strecke. Für die, die das Qualifying gestern nicht gesehen haben, wenn, dann habt ihr definitiv was verpasst. Wie die Startaufstellung aussehen wird, das gehen wir dann gleich nochmal genauer drauf ein. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es hat sich in der Nacht noch was verändert, denn ein paar Leute haben nämlich noch eine kleine Strafe bekommen im Nachhinein aufgrund Verlassens der Strecke. Und darunter sind auch wirklich Top-Teams dabei gewesen. Also hier wird keiner, ja, wie soll ich es beschreiben, hier wird jeder beobachtet. Und wir sehen, da hinten kommen so allmählich die ganzen Fahrzeuge an. Wir sind nämlich heute insgesamt für den ersten Lauf, ja, 38 Fahrzeuge, das muss man sich mal vorstellen. 38 Fahrzeuge wollen gleich über die Hatz zweimal rund um die Uhr in Spa-Franco-Show in Belgien. Und jetzt erstmal ein paar Informationen zu Spa-Franco-Show. Wo sind wir auf? Wir sind in Staffelow, die Stadt, ja, kennen vielleicht einige, ist ja auch einer Kurve benannt danach. Wir sind in Belgien, die Eröffnung der Strecke August 1921, das muss man sich mal vorstellen, also fast 100 Jahre. Austragungsort, ja, der langweiligen Formel 1 seit 1950 in den verschiedenen Streckenvarianten. Und wir haben jetzt aktuell eine Rennlänge von 7 Kilometer und genau 4 Meter. Und, ja, Rennserien fahren da alle, die man so in Europa kennt, die Anja CKT Masus ist ja gefahren. Natürlich die Brown Payne Endurance Series mit ihrem Saison-Highlight des 24-Stunden-Rennens. Und ja, ansonsten die ganzen anderen unwichtigen Formelserien. Aber natürlich dafür die World Endurance Championship, die ja dieses Wochenende in Fuji gastiert. Und das Gute ist ja, wenn morgen früh nicht so viel los sein sollte auf der Strecke, also wenn so ein bisschen das Feld sich auseinandergezogen hat, dann können wir auch mal ein bisschen auf die World Endurance Championship schauen, was da beim 6-Stunden-Rennen in Fuji da gerade so passiert. Das ist dann wieder der Vorteil, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben natürlich in Sachen realen Motorsport auch noch die American Le Mans Series mit ihrem letzten Lauf der Geschichte beim Petit Le Mans. Da werden wir dann auch manchmal so in den Abendstunden mal ganz kurz reingucken, wie es denn da den aktuellen Stand ist. Damit ihr natürlich die ganzen 24 Stunden hier live zuschauen könnt, wollen wir natürlich euch aus der Welt des Motorsports nicht verpassen lassen. Also sollte da irgendwas Großartiges passieren, erfahrt ihr es natürlich hier live auf simrace.tv. So, wir sehen, es werden langsam immer mehr Fahrzeuge. So, allmählich kommen sie alle. Wie gesagt, das dauert jetzt noch einen kleinen Augenblick. Lutz Enger, der eigentliche Hauptmoderator hier, schickt die Fahrzeuge jetzt so alle raus und dadurch dauert es ein bisschen. Ganz kurz zum Startprozedere. Sobald alle Fahrzeuge auf der Chemistrate, wo wir jetzt übrigens gerade sind, stehen, wird dann der Führende, was in dem Fall Sebastian Rönes, von hierhin hat ja gestern Abend die Poolzeit eingefahren, das Tempo vorgehen. Und dann wird es zwei Einführungsrunde geben, wobei die nächste erst die eigentliche Einführungsrunde ist. Und dann wird der Start, sagen wir mal so um 10-15 Minuten dann freigegeben. Wir sind zwar nicht pünktlich, aber wir haben ja Zeit. Es ist Wochenende, von daher können wir auch mal auf 10-15 Minuten des Wochenendes gerne dem virtuellen Motorsport geben. Interessant für diese Saison vor allem, weil wir auch natürlich eine neue Mod haben, nämlich die Brown Payne Mod. Und wie wir gestern schon gesehen haben, das Qualifying, wir haben eine deutliche höhere Markenvielfalt als vorherige Saison, als wir ja da teilweise Audi und den Ferrari gesehen haben. Jetzt ist es richtig ausgewogen. Wir sehen ein Nissan GT-R, GT3 auf der Pole Position. Wir gehen natürlich alles ein bisschen auf die Fahrzeuge genauer ein, was die schon für Erfolge haben. Aber, jetzt werden sich einige fragen, da blinkt mich irgendwas an da im Bildschirm. Ja, ihr seht richtig, diese blauen Blinklampen, das haben die Top 10 des Qualifyings bekommen. Und für die, die mich kennen, die würden sagen, ja, jetzt haut er mit Sicherheit den Satz raus. Der Kampf um die blaue Blinklampe, ja, war gestern Abend erfolgreich. 10 Fahrer haben sie. Und das heißt, wir können sie in der Nacht dann sehr gut erkennen, die Top 10 aus dem Qualifying anhand des blauen Blinklings. Oben rechts an der Windschutzscheibe. Also, ich hoffe, ihr habt genügend Chips eingekauft heute, weil das wird auf jeden Fall ein ganz spannendes Rennen. Und, ja, wenn man sich so die Qualifying-Zeiten anguckt, da kann man ganz klar kein Favorit ausmachen. Sowieso beim ersten Saisonrennen nicht. Denn man muss auch noch bedenken, wir haben ja noch diesen Manager-Modus. Und es gibt welche, die schon Upgrades gekauft haben. Aber es gibt wiederum auch welche, die noch keins gekauft haben. Die sagen, ja, ich spare mir sicher selber das Geld und schaue mal das erste Rennen ab. Und das Gute ist ja, die Zuschauer, also ihr und wir und die gegnerischen Teams wissen nicht, was die für Upgrades haben. Also, es kann sein, dass die, ja, schneller Reifen wechseln können oder was weiß ich. Ähm, das muss man, ja, rausfinden. Aber, ja, das ist immer so die schwierige Sache. Wir wissen es ebenfalls nicht. Also, es gibt keine, äh, Meldepflicht, dass man sagt, Team Notox 1 hat Upgrade so und so drauf. Ähm, da müssen wir dann so gucken, was sie so im Gegensatz fahren. Ja, Kosten haben wir schon eben angesprochen. Es gibt den tollen Manager-Modul wieder, den wir ja schon vor ein paar Jahren hier bei der Team Multi-League Championship hatten. Und, ähm, da kommt es ja vor allem am Ende der Saison drauf an, wie viel Geld man hat. Denn jeder Hunderttausender auf dem Konto bringt ein WM-Pünktchen. Und das ist teilweise richtig entscheidend, denn zum Schluss, da gehen dann die Rechenspielchen los. Denn wir sollen beachten, ähm, wir sollten beachten so rum, dass bei den ganzen 24-Stunden-Rennen, was in Summe drei Stück sind, ähm, gibt es nämlich doppelte Punkte. Und für den ersten gibt es dann mal eben statt, ja, 25 Punkte dann mal 50 Punkte. Und diese Rennen, wo es doppelte Punkte gibt, sind dann jeweils, das war Franco-Schon, was wir heute haben, denn der dritte Lauf im Bathurst und natürlich die 24 Stunden von der Nürburgring-Nordschleife. Ebenfalls zwölf Stunden fahren wir dann, ähm, Sebring und mit Ohio. Und natürlich alle Strecken, die die Langstrecke-Fahrer kennen, denn das sind so eigentlich so die Standardstrecken. Und, ähm, ja, jetzt kriege ich gesagt, ich soll die Sexy Grid Girls einblenden. Ähm, ich habe keine York. Also zumindest habe ich sie noch nicht gesehen, äh, falls du sie findest, kannst du sie gerne hier mit in die Kommentatorenkabine hochbringen. Äh, dann wird das schon alles passen. Ja, also es geht auf jeden Fall gleich los. Ihr kriegt oben natürlich noch eine Einblendung des aktuellen Spinnings, wenn so weiter sind. Wir haben natürlich auch Lügenzeit, denn auch heute Abend, so sagen wir mal so, gegen 20 Uhr die ersten Interviewgäste, denn also wenn ihr Lust habt auf ein kurzes, aber feines Interview, dann, ähm, ja, entweder mal eine Wenigkeit anstupsen oder Lutzinger. Ja, aber bitte, wie gesagt, jetzt nicht gleich sofort, sondern schauen wir mal so, äh, 19, 20 Uhr, wenn es dann so ein bisschen ruhiger geworden ist auf der Strecke, wenn es dann so die ersten Fahrer gewechselt haben. Ja, man muss sagen, es gibt wirklich Fahrer, die fahren hier vier, fünf Stunden am Stück. Und, ähm, okay, wir haben zwar jetzt kein Hochsommer mehr, wo es dann da arg an der Konzentration hapert zum Schluss, aber desto trotz vier, fünf Stunden auf Spa-Francorchamps mit einer Fahrzeugklasse wohlgemerkt, das ist schon ziemlich krass und wir erinnern uns, reales 24 Stunden Spa-Francorchamps, da hat sich dann in der Startphase mal so eben ein Ferrari gedreht und 55 andere GT3s folgen dahinter und da hat es nicht gekracht und, ähm, ich bin mir zu 100 Millionen tausendfach, was weiß ich noch, für Superlativen sicher, ähm, dass es hier kein Startcrash geben wird in Eau Rouge, ähm, wenn eventuell leichte Berührungen, aber jetzt nicht solche schweren Unfälle, dass man gleich sagen muss, äh, das Fahrzeug muss abgestellt werden. Klar, ein bisschen touchieren und, äh, Bump-Drafting, ähm, also den vor sich Fahnen ein bisschen schieben, wird es auf jeden Fall geben, glaube ich, dass da alles eine Fahrzeugklasse ist, nämlich die offiziellen GT3-Fahrzeuge, für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht gleich erkannt haben, ähm, wird das schon sehr, sehr spannend. So, es werden immer mehr da hinten, wir sehen's, und, ähm, ich würde mal ganz kurz durchgehen, was wir so für Marken dabei haben, und, äh, da haben wir unter anderem, wie wir sehen, den Nissan GTR mit dabei, ein sehr schönes, aber auch ein richtig schnelles Auto, und dann haben wir dann noch ein McLaren MP4-12C, den sehen wir da schräg übrigens ein bisschen im Bild, hinter den Nissan GTR haben wir direkt ein BMW Z4 GT3, und dann kommen eigentlich so die Top-Modelle, die wir letztes Jahr hatten, Audi R8, LMS Ultra, Specialification 2013, sollte man dazu sagen, dann haben wir noch den Ferrari F458, der F430 haben wir nicht mehr im Feld, wir haben ebenfalls eine, ähm, ein paar Porsches mit dabei, was ja letzte Saison ja wirklich sehr rar war, Independent Simracer, wir erinnern uns, hatten ja nur den Porsche 997 GT3 R, jetzt haben wir ein paar mehr, dann haben wir natürlich noch, ja, die neue Viper, so sagen es einige, McLaren SLS AMG GT3, unter anderem haben wir noch den, äh, die Dodge Viper, S-T-A-GT3 R, heißt sie, glaube ich, das ist ein Modell, das kommt eigentlich erst nächstes Jahr, offiziell, auf dem Markt, ich hab's ja gestern schon mal erwähnt, da gab's schon die ersten Probefahrten, die sehr gut gelaufen sind, und natürlich, ein britisches muss natürlich noch sein, und, äh, wenn wir von GT3 reden, muss eigentlich immer mit dabei sein, nämlich erste Marken, und zwar nicht mit den DBRS9, sondern mit den V12 Vintage GT3, und, was sind denn die Marken, die wir haben, Aston Martin, Audi, BMW, Dodge, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, McLaren, Nissan und Porsche, und, ja, das wird auf jeden Fall ein richtig geiles und spannendes Rennen werden, Natürlich ist es natürlich der Mercedes SLS, das kommt davon, wenn man Mercedes und McLaren liest, dass man sich das verwechseln, nein, er ist natürlich der Mercedes SLS AMG GT3, der ja in, ja, so einigen Rennserien schon Samtssieger einfangen konnte, zum Beispiel auch in der Brown Payne Endure Series, und Götze zusammen mit Bernd Schneider, haben da ja den Titel dieses Jahr klar gemacht, aber auch beim 24 Stunden am Nürburgring, hat ja SLS gewonnen, wo ja unter anderem der am Dienstag verstorbene Sean Edwards mit drauf saß, ich denke mal, dass jeder Simulator diese schreckliche Nachricht gelesen hat, also, ähm, ist schon ziemlich krass, dem eigentlichen Fahrrad, den soll es mittlerweile gut gehen, habe ich gelesen, aber da der aktuelle Stand ist, weiß ich leider nicht, aber, ja, was soll man dazu sagen, die Motorrad ist geschockt von dem Tod, von dem plötzlichen Tod von Sean Edwards, weil man sich mal überlegt, dass diese Rennwagen eigentlich sehr, sehr sicher sind, und, ja, für die, die das Frack gesehen haben, auf Bildern, ja, schrecklich, sehr, sehr schrecklich, aber okay, so, ich gucke mal eben, wie viele wir noch in der Box haben, wie viele noch rauffahren müssen, gehen wir ja alles ganz schnell raus, hier, ja, ein paar Fahrer sind noch, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, währenddessen versuche ich mal eben, ob es das ist, was ich vermute, genau, jetzt haben wir auch oben das aktuelle Standing eingeblendet, das bedeutet, oben seht ihr fortlaufend immer die aktuellen Platzierungen, Ja, so sehr viel gibt es eigentlich noch nicht, erzählen über die Serie, weil sie hat ja gerade erst begonnen, und von daher Meisterschaftsstand vorlesen, bringt sowieso nichts, aber ich kann euch schon mal sagen, dass der nächste Lauf, nämlich die 12 Stunden von Sebring, am 23. November stattfinden werden, wie gesagt, denn es ist ein 12 Stunden Rennen, aber erstmal müssen wir ja dieses Rennen hinter uns bringen, und wie gesagt, wenn ihr zum Interview kommen wollt, wie gesagt, ihm gerne, aber wie gesagt, erst so zwischen, ja, sagen wir jetzt mal 18, 18 und 19 Uhr, das passt dann schon so, drei Stunden, haben wir ja immer erstmal Renne-Action, bevor sie ja nochmal morgen Nachmittag um die Uhr zusammenkommen, Aber wir kriegen das schon alle gemeinsam hin, und werden wie immer richtig viel Spaß miteinander haben, ich bitte nur zu entschuldigen, wenn ich ein paar Namen nicht richtig ausspreche, oder nicht genau, weil welcher Skin zu welchem Fahrzeug dazu gehört, das hat sich ja gestern spontan entschieden, dass ich mit kommentiere, aber das wird ja soweit alles passen, 135 Zuschauer haben wir aktuell, okay, okay, ja, irgendwie toll, wieder hier zu sitzen, durch die ganze Welt zu reisen, und Langstrecken rein zu kommentieren, ich mein, ich hab eben grad vor die Sendung begonnen, ein bisschen noch bei DTM reingeguckt, aber das könnt ihr auch eigentlich schon wieder vergessen, das ist da so stocklangweilig, also, bleibt einfach hier, ihr verpasst auf jeden Fall nichts, und wie gesagt, sollte irgendwas beim Petit Le Mans heute passieren, oder morgen früh bei der World Endurance Championship, dann werde ich hier auf jeden Fall auf dem laufenden Stand gehalten, so, jetzt kriege ich eine Nachricht, dann gucken wir mal eben, oh, ja, ähm, genau, danke an den, ähm, Patrick Richter, dass die Positionsanzeige oben rum spinnt, ähm, wenn die Anzeige oben im Bild ein bisschen hängen sollte, stuppt es uns an, oder macht es wieder, Patrick Richter, äh, schreibt uns es im Teamspeak, ähm, weil wir achten da oben gar nicht so sehr drauf, und denken immer, okay, er wechselt, er wechselt, er wechselt, passt. Also, wie gesagt, Patrick, alles richtig gemacht, sehr gut gemacht, aber wie gesagt, stuppt es uns eher an, weil das kriegen wir eher mit, ich mein, ich hab noch die Teamspeak-Sounds an, aber der Lutz zum Beispiel, ähm, nicht, von daher müssen wir ihn anstupsen, bei mir könnt ihr aber, äh, wie der Patrick einfach so anschreiben, oder auch wenn ihr Fragen habt, zu den Fahrern, Teams, oder zu uns, Kommentatoren, könnt ihr sie auch gerne ruhig stellen, ähm, ob wir sie beantworten, ist dann wieder eine andere Geschichte, nein, also wenn ihr Fragen habt, dann, ähm, könnt ihr sie ruhig stellen, und wir versuchen sie natürlich, a, sehr schnell mitzubekommen, und b, sehr schnell, dann zu beantworten, aber, jetzt geht's erstmal, los, denn a, alle Fahrzeuge sind, auf der Camel Straight, gewesen, das bedeutet, Sebastian Röhn, gibt jetzt, als, ja, Fahrer, und gleichzeitig Safety Car Fahrer, das Tempo vorne vor, das heißt, jetzt dauert es in etwa, ja, acht Minuten, bis wir dann den offiziellen Rennstart, zum ersten Lauf, der GT3 Team Multileague, Saison 2013-14, war Frank und Schau, erleben werden, 24 Stunden, stehen uns denn auf die Uhr, und dann darf ich auch gleich, den Hauptmoderator, grüßen dort eng an, nämlich, Schauen wir mal ins Feld, ähm, achso, okay, jetzt muss ich natürlich wieder, hahaha, das ist dann sehr gut, okay, das haut dann doch leider nicht so hin, wie ich es mir dachte, egal, ähm, oh, ich sehe gerade unten, haben wir nur eine halbe Anzeige, das ist natürlich auch sehr, sehr gut, eigentlich gar nicht gut, aber, na ja, so, wir bleiben jetzt einfach mal auf dieser Kamera, weil, wie gesagt, jetzt ist noch nicht der Rennstart, jetzt gibt es erstmal eine weitere Formationsrunde, und schauen uns einmal hier das komplette Startfeld an, 38 Fahrzeuge, und man muss wirklich sagen, da fährt schon ein, äh, Wert, denn rumgleich, Richtung erste Kurve, von ein paar Millionen, könnt ihr euch ja mal ausrechnen, im Durchschnitt kostet so ein GT3 300.000, ohne Mehrwertsteuer, glaube ich, und, ja, so, hier sehen wir einmal das komplette Feld, und, ja, wir sehen auch schon bunt gemischte Fahrzeugvielfalt vorne in den ersten Reihen, aber auch dahinter, aber man muss ganz klar wieder sagen, richtig tolle Skins von den Teams, also, das top wirklich jede Saison aufs Neue, und gleich wird dann Sebastian Rhön das Tempo vorgehen, überholt werden darf, erst ab Start und Ziel, und wir müssen mal die, ach, wir haben nur zwei Stück, egal, das reicht, wie die Reifen, und vor allem die Bremsen auf Temperatur, gebracht werden, denn es geht gleich los, das ist unglaublich, ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt, wie ich gerade, 24 Stunden Spa-Francorchamps, der erste Lauf, und es wird so spannend, wie noch nie zuvor, Starten wird übrigens nicht auf der Formel 1 Start ziehgerade, sondern wirklich auf der End-Rend, also, La Source runter denn, Richtung Grouch, die, ja, gerade, da ist dann der Rennstart, wie meistens, wie gesagt, wird der Zeitpunkt aber oben, aber es sollte ja alles kein Problem sein, denn, es geht jetzt so langsam los, gleich muss, das, Wädeln, der Reifen, und das, Bremsen, äh, das Abbremsen, beendet sein, Grouch-Formation, wir sehen's, also, was bedeutet Grouch-Formation, für die, die vielleicht sich nicht so gut im Motorsport auskennen, in zweier Reihen, nebeneinander, so wie sie eigentlich sehen, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht der Rennstart, der kommt erst noch, aber das sieht mir schon mal sehr gut geordnet aus, vielleicht noch ein bisschen aufschließen, und dann wäre es perfekt, und dann geht's gleich los, Lauf 1, Top 10, wir sehen's mit einer blauen Blinklampe versehen, für uns, als Kommentatoren, und für euch Zuschauer, zu unterscheiden, wären im Top 10 die Qualifyings Besten waren, so, es geht los, jetzt sind wir alle gespannt, Sebastian Röhn gibt jetzt das Tempo vor, nehmen ein Kfz-Teile 24, Z4, GT3, und hinterm Banner geht's denn los, da sehen wir den Total-Banner, und jetzt ist der Start freigegeben. Wow, wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße euch auch nochmal ganz herzlich, mein Name ist Lutz Enger, und Christoph hat das hier wieder mal wunderbar gelöst, und wir konzentrieren uns jetzt auf den Start, Christoph, mach weiter. Auf jeden Fall, und wir sind jetzt mal auf der Tempo Straight, und das sieht hier sehr, sehr gut aus, es liegt noch keiner zerpäckert dort irgendwie, oder zerschellt, das ist das, was ich meinte, es kann natürlich manchmal sein, dass wir im Bump-Drafting, oder sogar zu dritt in der Camel Straight, also drei Fahrzeuge in einer Reihe, gucken, drehen wir mal ein bisschen die Kamera, genau, aber alles fair am Start, also, meine Behauptung hat sich dann bewahrheitet, dass wir einen sehr, sehr sauberen Rennstart erleben werden, damit gehen jetzt insgesamt 38 GT3 Fahrzeuge, auf die H2 mal rund um die Uhr. Ja, mittlerweile sind wir 39, weil Brandon Kaczmarek ist auch noch dazu gekommen, der muss aber jetzt höchstwahrscheinlich erstmal eine Strafe absitzen, die sind während der Startphase rausgeflogen, mit einem ziemlich heftigen Crash, und mussten jetzt rejoinen, und sind jetzt nicht mehr rechtzeitig reingekommen, aber das macht gar nichts. Da hinten gab es schon einen ersten Unfall, einen richtig schweren, sogar mit einer Wiper, und einem Ferrari 458, Putzke und Russell hat sie erwischt. Ja, funktioniert das Replay? muss eigentlich, ne? Ja, sollte. Ja, schauen wir uns das mal an. Oh, ein Auffahrunfall mit einem Porsche. Ja, das könnte Stefan Kahnels gewesen sein, der ist ja strafversetzt worden, und, ja, da gab es eine gleiche Berührung, dadurch Kontrolle verloren, und dann der nächste hinten reingeschrubbt. Naja, wir sind halt, wir machen hier Rennsport, und keine Kaffeefahrten. Genau, und ich glaube, das war noch dieser Audi A8, wird informiert ein bisschen, nämlich der von Kfz-Teile 24, der Audi A8 mit Startfahrer, okay, wir sehen es leider nicht ganz unten rechts im Bild, nämlich der Nikolai Essig fährt dort den Start. So, wir gehen mal an die Spitze, okay, das verschiebt sich jetzt alles natürlich von den Positionen. Wollen wir mal, wen haben wir hier im Bild? Das ist Daniel Schüch. Für das Team RML Team 1. Wir sind auf der 3 gestartet, und bleiben auf der 3. Jetzt möchte ich gerne mal die Spitze haben. Da haben wir die Spitze. Also, No Talks führt vor, Kfz-Teile 24. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger, mit den Teams-Namen. Aber hier sehen wir Marius Bats, Reride Motorsport, die sind, ja, die haben Position gewonnen, definitiv. Ah, ich kriege gerade die Info im R8 von RML Sitz Christian Lehmann. Okay, danke für den Hinweis. So, Marius Bärz ist ja jetzt vorbeigegangen an den Federsport Polen Team 1 Card. Das ist das beste, ja, nicht-deutsche Team. Lutz hat es ja schon gestern gesagt. Wir haben natürlich auch wieder internationale Teams dabei. Spanier, Ukrainer und, ja, aus allen Herren der Welt haben wir da. Aber wir haben jetzt erstmal ein Führungswechsel verpasst da vorne. Und zwar ist Daniel Hake vom Team Kfz-Teile 24, Kfz-Teile 24 Sim Rating Team 1, so heißt es richtig vorbeigegangen, an den Sebastian Röhn. Und, ja, das haben wir jetzt natürlich verpasst, wie immer eigentlich, wenn vorne irgendwas passiert. Aber man sollte dazu sagen, wir können nicht alles zeigen. Ich versuche nebenbei immer noch ein bisschen im Mittelfeld zu gucken, was da so passiert. Aber, ja, wenn eine Fahrzeugklasse, und wenn das so ausgeglichen ist, wie keine andere Rennserie in diesem Format, dann weiß man gar nicht, wo man hinschalten soll. Und da bleiben wir jetzt erstmal hier an der Spitze. Aber wir schauen natürlich auch mal ins Bittelfeld. Da haben wir auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Duelle. Wir schauen uns aber jetzt erstmal an, wie Sebastian Röhn es doch nicht versucht, an den Daniel Hake vorbeizugehen. Wir sehen, die ersten beiden haben sich schon ein bisschen abgesetzt. Marius Bärt und hinter ähm, Prznicki, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, folgt dann ebenfalls schon eine Bökel von etwa 5 Sekunden auf Sebastian Deck fürs Team Wood Multigaming. Wir schauen uns jetzt erstmal die Urouge an, wie Daniel Hake da hochbrettet. Wir sehen doch, wie knapp es dort wird. Bleiben wir mal auf diese Kamera und fangen einmal das komplette Feld ein, damit wir wissen, ob es größere Positionsverschiebungen gab. Röhn, das hat noch nicht geklappt. Bärt auf der 3, Trznicki auf der 4. Dann folgt schon eine Lücke, dann kommt ein ganzer Zug von GT3-Fahrzeugen, nämlich Sebastian Deck, Lehmann haben wir dort, Buxa unter anderem, eine Wiper ist damit involviert, SLS, Nissan und, und, und. Ich, ja, ich bin dann auch erstmal wieder da. Mein Gott, was, was ein Stress hier heute. Unglaublich. Also, wir haben momentan Daniel Hake ganz vorne, der hat sich vorbeigeschoben, mein Sebastian Röhn, Kfz-Teile 24, somit in Front vor Notox Racing und 3Wide Motorsport. Dann haben wir auf der 4 Federmotorsport Poland, dann haben wir WUD Multigaming, ähm, Wild und Dreist wird das halt, klar heißt das, glaube ich, Ackery Sim Motorsport AMR 177 auf der 6, auf der 7 RML Team 1, Independence 3 und Team 2 auf den folgenden Positionen 8 und 9. Witschwood auf der 10, die sind auch richtig gut nach vorne gekommen von Platz 16. äh, Sim Racing PL auf der 11, Will Crave auf der 12, auf der 13, Bansai Motorsport, äh, Sim Motorsport AMG hier auf der 14, auf der 15 haben wir Ace Racing GT, RML Team 3, RML Team 3 auf der 16, auf der 17, äh, das V12 Racing Team, R-Factor Sim Motorsport auf der 18, auf der 19, Sim Racing 3, Und dann movie, R-Factor Sim Thompson 350, R-Z clicking Route andingt mit der 1 bis 3, der im Start Medianti kriegen, Anmerkung hat 3, Und dann salz niru Audi, LSF auf der 23, auf der 24 haben wir Equery Sim Motorsport Virtual Racing, Endurance Racing, ehemals VE Racing oder nicht ehemals, die Abkürzung ist besser bekannt, auf Platz 26 auf der 27, GT Racing, Satellite Racing auf der 28, auf der 29 haben wir LSF 2 Motorsport, Independence Sim Racer Team 1 auf der 30, auf der 31 Kfz-Teile 24, das Team 3, Robe Sim Racer, das PAL Team 2 auf der 32, auf der 33, dann das Skype Team Racing 2, Martini Racing auf der 34, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, DR Motorsport auf der 35, auf der 36, KRS, SSR Motorsport, Notox Racing 2 auf der 38 und ganz hinten die zu spät gestarteten oder noch gar nicht gestarteten R4A. Ja, auf jeden Fall, ne? Das wird ja sehr spannend. Ja, definitiv. Und ich begrüße erstmal auch natürlich in meinem Namen und im Namen von der Orga, von Sim Racing Orga, auch wenn ich damit relativ wenig zu tun hatte für diese Serie. Alle Zuschauer recht herzlich hier auf SimRest TV. Ich denke, das hat das mit Sicherheit auch schon getan, aber das möchte ich mir da doch auch nicht nehmen lassen. Naja, selbstverständlich haben wir natürlich heute zum Saisonauftakt hier in Spa die 24 Stunden vor uns und ja, wir haben noch jede Menge Zerrat. Also da wird noch sicherlich einiges zu hören sein. Viele, viele Interviews sind geplant mit den Teams und wir haben heute erstmals, wahrscheinlich so gegen 18 Uhr wird, werden ein paar Jungs von SimRacingPL, also das ist ja eine riesen Community in Polen, werden hier dann für ein, zwei Stunden den Stream übernehmen. Das heißt, da gibt es dann erstmals im deutschen SimRest TV, in der internationalen GT3 Endurance Multileague, dann auch eine polnische Kommentare. Ja, polnische Kommentare. Mein Gott, ich bin total aufgeregt. Und Ivan Rico, den wir sehr, sehr geschätzen haben lernen konnten zum 24 Stunden Le Mans dieses Jahr, der wird aus Kanada heute zugeschaltet und wird dort dann in Englisch und Spanisch ein bisschen moderieren, irgendwann. Da haben wir noch keinen festen Zeitpunkt, den geben wir aber rechtzeitig bekannt. So, wir sind jetzt gerade auf dem ULU514, ist das ganz genau. Und ja, das ist ja gerade das Spannende, wenn wir hier mit nur einer Fahrzeugklasse fahren, ungefähr alle das gleiche Leistungsniveau. Und für die, die das reale Spa-Francorchamps 24 Stunden sich angeguckt haben, die kennen das, wenn da mal so eben 50 GT3s. Okay, so viele sind es jetzt hier nicht, aber deutlich sehr, sehr viel Teams, als wir in der letzten Saison hatten. Aber hier geht jetzt Alex Sturm erstmal vorbei an Dimitri... Ne. Na, gucken wir doch einfach mal, wer das ist hier. SimM Motorsport AMG heißt das Sim auf jeden Fall, aber das ist... Ja, äh, Botnarenko. Betrieb Botnarenko. Ja. Ja, der Alex lässt es krachen. Nicht wundern, dass unten rechts die Hälfte durchsteht, das ist ein Anzeigefehler. Ähm, ja. Aber die, die runden Zeit interessieren uns ja sowieso nicht. Uns interessiert ja nur die gesamte Restzeit, die da oben steht. So, da blenden wir das jetzt aus, weil die Zeit, die da oben steht, ist eh Quatsch. So, ich kann euch verkünden, wir haben die ersten elf Minuten, ersten zwölf Minuten hinter uns. Ja. Huch, das hat denn jetzt gerade nicht geklappt. Ich wollte eigentlich auf den Rhön gehen. Ne, was ist das hier? Was war das eben für ein Auto in der, in der Box? Ja, dann kriegen wir einfach nochmal die zwei an. Und dann... Hm. Oh, ja, egal. Also, es sind, glaube, einige in der Box. José Antonio Berenguer ist in der Box für MSRF2 Motost. Und... Manuel Hähne ist in der Box. Das war, glaube, das Notox2-Auto, was wir da eben gesehen haben. Ja, das war ja mit eines der Fahrzeuge, die ja in diesem Startunfall verwickelt war. Ja. Also, da muss es dann doch eine größere Reparatur geben. So, hier vorne, eins und zwei, ist es immer noch bunter in der Tarke vor Rhön. Oh, ich muss mal eben in Support, sehe ich gerade. Jo. So, dann sind wir mal gespannt, wo wir denn noch ein spannendes Duell... Eigentlich haben wir überall spannende Duelle. Dann gehen wir mal auf den Daniel Lange-Hegermann. Das ist nämlich Position 13. Da vorne ist Simracing.pl Raceboard. Und hinter ihm der Alex Sturm. Sehr, sehr jung. Also, was heißt sehr, sehr jung? Er, ähm... Er war ein bisschen jung, im Gegensatz zu manchen anderen Fahrern hier. Aber ein sehr, sehr schneller. Das haben wir ja schon in so einigen Rennen gesehen. Also, wenn der Alex Sturm mitfährt, dann ist ordentlich was los. Natürlich alles fair. So, das ist jetzt hier ein Duell für Ari 458 gegen Maglaren MP4-12C. Und dahinter haben wir einen Nissan GTR. Und dahinter haben wir einen SLS. Also, da sehen wir mal hier... Ja, einen Vierkampf, so möchte ich es mal sagen. Und dann auch gleichzeitig vier Marken und sehr, sehr lustig. Der Spruch übrigens Goodbye. Daniel Langer-Higermann, Willcraft, GTA 30, Racing. Zack, leider können wir nicht alle Zweikämpfe zeigen. Sonst müssten wir 20.000 Bildschirme hier aufstellen. Aber das ist ja leider nicht möglich. Wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Vierkampf, weil das ist schön im Mittelfeld. Und ja, da wird ordentlich Rambule sein. Wir wollen jetzt hoch Richtung Berusch. So, ich sehe gerade im... Könnt ihr leider nicht sehen. Genoo, jetzt dreht sich Daniel Langer-Higermann. Und das ist das, was ich meinte. Wenn das am Start passiert, dann ist er aber richtig Rambule. Und jetzt steht er da sehr, sehr ungünstig. Und jetzt darf er... Ja, 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 ganz schnell weg da. Aber wenn denn drei Züge... Das... Oh, Leute, Leute, Leute. Das schauen wir uns nochmal im Replay an, weil das war definitiv sehr, sehr knapp. Aber... Ja, schauen wir uns mal... Da kommt er zu weit über den Curb und fängt das Auto, Gott sei Dank, noch ab. Aber dann ist natürlich die Problematik mit dem Rückwärtsfarm, weil er steht sehr, sehr ungünstig. Wir sehen da alles auch schon... Ja... Uiuiuiuiuiui... für Sim Racing 3, eines der spanischen Teams. Kampf um die 16. Position ist es. Hier. Hinter den Tony Blanco haben wir einen Rick Engels vom RML Racing Team 3 auf Position 15 liegen. Die fahren einen Ferrari Piazza 50. So, Karnet hat es dann in der Bus Stop Schikane doch noch nicht geschafft, vorbeizugehen an dem Blanco. Aber vielleicht hoch. Chemistry in. Oder sogar noch vor der Rouge. Sie sehen, das Feld zieht sich zwar hier schon ein bisschen auseinander, aber das muss noch nichts bedeuten, denn wir haben immer noch ganz, ganz viele Zweikämpfe. Und dann da sehen wir einen Notox-Nützer an GTA, der da rauskommt. Hat natürlich schon etliche Runden verloren und das müsste der von Manuel Hene sein. Ja, Manuel Hene fährt. Also auch für das zweite Team von Notox geht's jetzt endlich los. Wir bleiben weiterhin hier beim Duell, weil der Miguel Vasquez kommt jetzt ebenfalls da ran. Jetzt warten wir mal zum Dessern-GTA und schauen uns das mal an. Karnet versucht, aber es klappt ja noch nicht. Hier in der sogenannten Püff-Puff-Kurve, wie sie viele nennen. Also wie gesagt, das ist der Kampf um die 16. Position hier. Blanco gegen Karnet und Vasquez. So, Karnet versucht jetzt in dem Blanchiment außen. Uiuiui, wenn das gut geht. Aber nee, da steckt er nochmal sicherheitshalber zurück. Was da zu einer Kollision kommt. Und jetzt eventuell 3-Ride Richtung Baszdorf-Schikane. Oh, zu dritt, Lutz. Oh, der Karnet. Ich glaub's nicht. Eiskalt. Aber knallhart hier von der... Als letzter hier hinten die Situation ausgenutzt. Ja, sensationell. Ganz, ganz tolle Bilder. Das muss man auch erst mal schaffen. Wie gesagt, der hintere Nisank-GTA, das ist der von Manu, Hilden und Lutz hat da mit Sicherheit ein paar Informationen zu. Ja, ja. Der Manu hatte... einen Disconnect, beziehungsweise einen Freeze. Und ist gejoint und war zweimal auf dem Server und hat deswegen zwei Strafen gekriegt. Also ist nochmal disconnected worden, weil der Server ihn nochmal gesehen hat. Und somit hab ich ihm jetzt die zusätzliche Strafe... Also sie haben eine Strafe abgesessen, das ist alles regulär. Und die zweite hab ich ihnen jetzt gestrichen. Genauso wie bei A4R Motorsport war dasselbe Problem. Und, ähm... Ja, und die können jetzt auch endlich ins Rennen. Da haben wir eben richtig schön gesehen. Millimeter! War das eben nur Unterschied zwischen Blanco und Vaxquez? Ich möchte mal hier zwischenzeitlich mal ganz kurz loswerden. Die vielen Likes, die wir momentan bekommen, ähm... ist wirklich grandios. Und, ähm... So viel hat's noch nie gegeben in so kurzer Zeit für Simracing.org, für die Facebook-Page. Also, herzlichen Dank dafür. Ja, ja, genau. Im Daniel eine Meldung, wir sollten, äh... Dieses Überholmanöver eben mit Karnitz nochmal zeigen. Gut, das hätten wir tatsächlich tun können, jetzt ist es ein bisschen spät. Aber ihr bekommt ja dann die Aufzeichnung. Wir werden schon während des Broadcasts die ersten Aufzeichnungen dann, äh... hochladen, sodass die dann kurzfristig zu sehen sind. Also, ich denke mal, wenn wir die erste Pause machen, so gegen, ja, 17.30 Uhr, also den Streams erstes Mal unterbrechen, dann solltet ihr so gegen 19 Uhr diese Aufzeichnung dann in der Mediathek von Simracing TV finden. Und könnt ihr euch dann auf Simracing TV direkt auch runterladen. Und könnt es euch die ganze Nacht angucken. Genau, genau. Nein, Daniel Hake ist nicht auf Platz 16, aber, ähm... Ich würd grad sagen, der fehlt mir jetzt irgendwie da vorne. Ja, der wird... Mir schreibt jetzt grad einer, dass... Also, der Carsten Willeheim schreibt mir gerade, dass der jetzt irgendwo weiter hinten geführt wird. Was ist da denn jetzt wieder passiert? Der Daniel Hake, der steht bei mir auf 26. Dann gehen wir mal am besten hin, würd ich sagen. Schau mal, wo er sich denn aktuell befindet. Ja, da ist wohl irgendwie... Der müsste... Da fehlt mir auch der Röhn. Nee, der ist auf 1. Das ist richtig. Ja, mit da hinten... Ein Ferrari. Ja, nee, die... Mit den Autos hat das nichts zu tun. Ich vermute mal, der... Aber Sebastian Röhn hat auch nur 9 Runden. Von daher kann's eigentlich gesagt nicht sein. Daniel ist R-Factor für 20 Sekunden eingefroren. Ja, das ist natürlich bitter. Okay, dann erklärt natürlich auch dieser Abstand. Ja, ja. Au, wie bitter. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig. Weil der war relativ schnell an Sebastian Röhn vorbei. Hatte die Führung übernommen. Also, ich kann ihm da jetzt auch eine Runde zurückgeben. Sebastian Röhn ist jetzt gerade eben über Start und Ziel. Ich kann da nicht... Ich kann nur Runden gut schreiben, aber keine Zeiten. Und das ist halt ein technischer Defekt wie ein Disconnect oder sonst irgendwas. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. So, Karnet schnappt sich hier den nächsten vor Blanchiment. Ja, der fährt wie entfesselt. Der hat wahrscheinlich so ein bisschen... Oh, Salah! Und da steht schon wieder ein SLS. Ne, das ist eine Wiper. Ach, ist die Wiper, ja. Die hat die schon eben zerschellt. Das war die, die beim Startunfall mit involviert war. Ja, ich glaube, das ist dieses Junior-Team vor, äh, vor, wie heißen sie? Ja, genau die. Und, ähm, sind wohl da etwas noch nicht ganz so erfahren. Das ist schon mal angemerkt worden. Und wenn sich das nicht bessert oder wenn die jetzt noch in weiteren Situationen auffallen, dass sie halt auch andere behindern, dann müssen wir sie leider aus dem Rennen nehmen. Weil die Ansage gibt es ganz klar, steht gleich im ersten Absatz in dem Regelwerk, dass hier nur erfahrene Leute zugelassen sind. Warum durfte ich auch nicht starten? Ne, deswegen. Was, bis du nicht gestartet hast? Das war ja deine eigene Entscheidung, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, ich meine, es ist ja auch besser so, ne? Wenn man das selbst einsieht, dann ist das ja natürlich... Mhm. Hier bin ich besser. Ne? Ja. So. Wo ist der Karnitz? Ach, der hat sich schon den nächsten geschnappt. Der hat sich ja schon eher in der Team 3 geschnappt. Okay. Also, der gibt jetzt hier ordentlich Stoff. Und wir wissen, Stefan Karnitz und seine Spa-Bilanz. Ja. Also, das ist das Sector F1 Engineering Junior Team. Und, ähm, ja. Das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen sehr viel Junior. Ja, dann werden wir auf alle Fälle im Auge behalten. So, was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass MSF R2 Motorsports immer noch in der Vox steht. Und, äh, diese können gleich fahren. Eigentlich könnten sie jetzt auch fahren. Weil ihre Strafe ist abgesessen. Ja, und jetzt hat Sector F1 Engineering Junior. Strafe 10 Minuten in etwa. Oder 9 Minuten 50, besser gesagt. So, das ist hier das Duell um Position. So langsam habe ich den Eindruck, die haben noch gar nicht so wirklich verstanden, um was es hier eigentlich geht. Weil, äh, das haben die schon mal gemacht. Und ich hatte den Eindruck, dass die Escape drücken, wenn sie in die Box fallen. Also so wie im normalen Training. Ja gut, das werden wir dann mal sehen. Ui, ui, ui. Das ist hier... Oh, das war auch knapp. Das war aber mehr als knapp. Wir haben da ja eben schon den Daniel Lange-Hegermann stehen gesehen. Und dann auch noch riskanten Rückwärtsfahrmanöver. Also wie gesagt, dass es da nicht gekracht hat. Boah, krass. Mhm. Also so wie es aussieht, ist Sector F1 Engineering Junior auch mehr oder weniger... Das ist Racing. Aber die sind erst eine Zeit Runde gefahren. Und stehen schon wieder in der Box. Eigentlich haben die jetzt die ganze Zeit nur in der Box verbracht. So, Ingo Schmidt hat's auch irgendwie zerledert. Ist auch in der Box. Das ist auch in der Box. So, hier kündigt sich ebenfalls das nächste Duell an. Skype Racing Team. Okay. Hm. Vielleicht werden sie ja von Skype gesponsert. Kann natürlich alles sein. Ja. Das ist der Home of Microsoft Motorsports. Da vorne haben wir den Racing Pal, die wir eben gerade schon mal im Bild hatten. Und dahinter haben wir ja einer der Pechvögel, die die Race Control erwischt hat. Beim zu weiten Rausfahren, nämlich Julian Siebenbiedel. Oh, da waren ja noch mehr. Oh. Aber die Race Control sieht alles. Ja, ja. Ja, ja. Das ist sensationell. So, und da ist der McLaren, haben wir ihn gerade richtig schön gesehen, vorbeigegangen an dem Ferrari. Jetzt muss der McLaren... Ich gehe nochmal... Ich gehe nochmal in Support. Ja. Der McLaren muss jetzt erstmal gleich den Nissan GTR von Botox Spy überrunden. Mit Marmelhähne am Steuer. Oh, da schlägt die nächste Wiper ein. Eieieieiei. Anbremsen Chemistrate war das. Möchte ich aber mal wirklich gerne wissen, welche Wiper das jetzt hier ist. Dadurch, ich schalte mal jetzt in diesen Modus weiter. Das ist RML3. Da steht auch ein Nissan mit einem platten Reifen hinten. Ambo, da liegt sogar ein Rad, glaube ich, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Na, wo ist er denn jetzt? Da haben wir ihn. Und... Ja, oh, da fehlt vorne links das Rad. Wer ist das hier? So, jetzt muss ich eben schnell... Ja, das ist MS-RF2 Motorsport, den Josse Antonio Berenquer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dem fehlt da vorne links das Rad. Und da gibt es die nächste Kollision mit der Wiper. Das müsste eines der Rover SLS gewesen sein. Nun ist natürlich die Frage, welcher. Weil es gibt ja zwei Stück. So, Team 2 kommt bis straight. Da muss es Team 1 sein. Gehen wir mal eben ins Replay und schauen wir mal, ob die davon betroffen waren. Oh ja, oder? Da haben wir die Wiper und die dreht sich denn und touchieren den Rover SLS denn. Eieiei, und da knallt sogar noch McLaren rein. Der hat definitiv dann nochmal den Frontsplitter verloren. Also, die Wiper, die sich da vorne andauernd zerschellt. Eieiei, oh. Eieiei, das ist... Also, ich weiß nicht, wem die Wiper da gehört, aber die sollte man Manieren beibringen. Weil das ist ja schon die zweite, dritte Frontschütze, die sie da jetzt verlieren. Und das alle mal nach... Gut nach einer halben Stunde, also... Ich weiß auch nicht, wen es gehört hier. Wiper. Gehen wir mal eben durch. So, Karnetz, ist ja auch gut mit dabei. Mit Alexander Sturm. Äh, Alexander Sturm, Entschuldigung. Der Lehmann da unter anderem mit dabei. Damit Putzke. Der Alex Sturm. Aber ich suche die eine Wiper. Da haben wir einer der Rover SLS. Drive Racing 2, Notox 2 haben wir hier im Bild. Dann haben wir unseren einzigen Lamogini AP560-4 GT3. Eben im Bild gehabt. So, hier haben wir einer der Wiper, die da noch gerade so Glück hatte. So. Hier haben wir einer der verunfallten McLaren. Das ist Ingo Schmidt. Uiuiui. Die hat es auch böse getroffen. So, wer ist das jetzt hier? Das ist ebenfalls ein Audi. Ist das Matthias Leibold? Nee. Ist es nicht. Das ist die Wiper. Schauen wir mal, wer ist das? Der Rüssel. Der Rüssel, der Rüssel. Das ist DR Motorsport auf Position 34. Die haben wir auch schon ein paar Mal zerlegt. Okay. Gut. Dann gehen wir erstmal wieder auf Kfz-Teile 24. Denn Stefan Karnitz ist dran an den Alex Sturm. Und dahinter haben wir eine Motorsport AMG. Passt natürlich SLS AMG GT3. So. Jetzt. Da muss das Ganze mal auf der Heckkamera an. Das könnte jetzt für Karnitz reichen. Und ja. Da setzt er sich auch daneben. Und sollte eigentlich locker vorbeigehen, oder? Ha? Ist noch nicht gegessen. Der Alex geht zwar noch mal in den Windschatten. Aber muss eigentlich auch schon sofort wieder raus. So vor es. Sonst bremsen geht für die nächste folgende Kurve. Also Stefan Karnitz weitere Positionen gut gemacht. Damit wird schon auf der 10. Position und damit wieder, ja, in den Top 10. Hat er ja eine 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen, weil er die Strecke verlassen hat während des Qualifying. Die 10 Sekunden Strafe wurde auf das Quali-Ergebnis. Und ja, der Christian Lehmann ist der Nächste, der jetzt spüren muss, wie schnell Stefan Karnitz vorbei möchte. Möchte, das ist jetzt hier der Kampf. Unruhe zu neu. Und wir haben es in Qualifying gesehen. Also Karnitz kann deutlich schneller. Aber es ist natürlich jetzt auch strategieabhängig, ob jetzt die konstanteren Fahrer drin sind, oder so wie die, die auch jetzt an das Qualifying gefahren sind, nämlich die schnellen Fahrer. Und es gibt wirklich einige Teams, die da eigentlich, wenn der Ronny hier im Auto wird, dann müssen wir einfach unsere schnellen Fahrer fahren lassen, weil sonst fährt der da vorne weg, als geht kein Ende. Und ja, das war ja auch immer bei ziemlichem Vorland so der Fall, denn der Wilfried da ist, dann saßen immer die ganz schnellen im Auto, als die Nächsten, beim gegnerischen Team. Ja, schafft es Karnitz hier in der BAS noch nicht. Da verkneift er sich, aber selbst sich hier fast nebeneinander, Boxen, Einfahrt, sollte man natürlich aufpassen auch. Und jetzt wird es einfach zu gefährlich, noch vor der Ur-Rush vorbeizugehen, wie gesagt, wie eben gerade bei Alex Sturm, Chemistrate hoch und rauskommen, und wenn sollte es auch passen. So, aber der Alex Sturm, der bleibt da ebenfalls hinten mit dran, hofft natürlich sich wieder ranzusaugen zu können, das macht er auch, und geht er da vorbei, er geht neben Stefan Karnitz, und jetzt gibt es die Toschierung, und da dreht sich fast der Porsche, jetzt hat er ihn abgewirkt anscheinend, oder? Ja, er hat ihn wohl abgewirkt, aber, ah ja, er verliert ja zwei, drei Positionen, drei Positionen hat er jetzt verloren, und da schauen wir uns nochmal an, ob das denn alles wirklich so fair ablief, ja. Okay, kann man sich drüber streiten, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Damit hat Karnitz seine drei Positionen, die er gerade mühsam erkämpft hat, wieder verloren. Vorne führt Sebastian Röhm mit etwa 4,5 Sekunden vor Marius R, 3Ride Motorsport. Auf der 3 haben wir den Federsport Poland Team 1. Auf der 4 haben wir den Acri Sim Sport AMR 177. Auf der 4. Auf der 5 haben wir Independent Sim Racer Team 3. Auf der 6 haben wir den Wood Multigaming, auf der 7 Witchwood, auf der Banzai Motorsport, auf der 9 RML Raking Team 1, und auf der 10 Ace Racing GT. Das sind die Top 10. So, genau, jetzt sind wir wieder, und jetzt könnte es gut sein, dass wir hier ein Team rausnehmen müssen, und zwar tatsächlich dieses Sector F1 Engineering Team mit Carlos Lazano, weil der ist hier mit einem permanenten Ping von 300 Millisekunden am Server, das heißt, der wird wahrscheinlich mit 600, 500 bis 600 von den Fahrern gesehen. Jetzt geht es gerade runter, aber es geht auch wieder hoch. Ja, man sollte auch so ein bisschen DR Motorsport im Auge behalten, weil die haben jetzt schon zum dritten oder vierten Mal ihre Frontschütze verloren. Ihr habt eben gerade, also, naja, schauen wir mal. Ja, das liegt auch schon an. Gut, ich muss den jetzt hier rausschmeißen, sonst nützt nichts. So, okay, dann muss ich jetzt mal eben wieder ins Support, also, es ist ja hier voll was los heute. Also, schön, dass du da bist. So, wir waren bei den Top 10, und ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter, aktuell die Teams. Also, auf der 11 haben wir einen Sim Motorsport AMG. Wir zeigen sie jetzt auch mal. Dann haben wir ja gerade so ein bisschen Zeit. Dann haben wir auf der 12. Position Stefan Karnitz, Kfz-Teile 24, Sim Racing Team 2. Auf der 13. Miguel Vasquez für Sim Race 3, auf der 13. Position. V12 Racing Team aktuell auf der 14. Position. Ganz dicht dahinter haben wir den Julian Siebenbiedel für das LSS-Racing Team, auf der 15. Position. Auf der 16. haben wir Thorsten Schwertweger RML Racing Team 2, auf der 16. Position. Und dahinter geht's dann aber auch ganz schön ab. Da haben wir nämlich den einen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Okay, ich habe mich verklickt. Da haben wir ihn. Da haben wir dann den Airfactor Sim Motorsport. Auf der 17. Position. Dann haben wir, ich sage jetzt einfach mal, ein offizielles Team, nämlich Guide Racing Team 1, Sukowski, auf der 18. Position. Aufgrund eines Freezes haben wir dann, ja, den Kfz-Teile 24, Z4 mit Daniel Hake am Steuer, auf der 19. Position. Arbeitet sich auch wieder langsam nach vorne. Und wir sehen es, da vorne sind auch schon die nächsten drei Fahrer. Sim Racing PL Race Board haben wir dann auf der 20. Position. Gehen wir mal meine Liste runterscrollen, genau. Dann haben wir auf der 21. Position Acre Sim Sport AMR. Erste Martin Racing. Der ist ja eigentlich der, der sich ein bisschen mit Motorsport auskennt. Wir fahren hier nicht den DB RS9, sondern der neue V12 Vantage GT3. Und dahinter haben wir dann auch schon Daniel Lange, Hegermann, Dirty Wilgrave, GTA 30 Team Racing, auf der 22. Position. Die sich da ja kurz nach der URUSH gedreht haben und einen riskanten Rückwärtsfahrmanöver dann wieder einreihen konnten. Auf der 22. Position haben wir ein V12 Racing Team, auf der 23. Rover Sim Racing, PRL auf der 1. Auf der 24. haben wir GT Racing, auf einem Ferrari 458, auf der 24. Position. Auf der 25. Position, denn das Spire Team von Rover Sim Racing, PRL auf der 19. haben wir Kfz-Teile 24, Sim Racing Team 3, Jan van Merkatz auf der 26. Position. Ist es wirklich das Team? Ne, das ist der Andreas Leikammer, habe ich mich jetzt eben verklickt. Da haben wir ihn, R8, ich wollte schon sagen. Die Autos sehen ja fast alle gleich aus. Dann haben wir auf der 27. Skype Racing Team 2. Mit einer blauen Blinklampe, also das war einer der Top-Ten-Kandidaten im Qualifying. Auf der 28. haben wir einen Independent Simracer GT1 mit David Putzke. Auf der 29. Martini Racing, mit der entsprechenden Werbung natürlich auf dem Auto drauf. Also da wird der Name gerecht Martini Racing. Auf der 30. Position haben wir einen Independent Simracer 2 mit dem Matthias Leibold. Auf der 31. Satellite Racing 1. Auf der 32. haben wir den Alexander Rütt. Der steht an der Box, weil Rick Engels auf dem Desktop geflogen ist. Und die machen so anscheinend, denke ich mal, gleich Fahrerwechsel. Also von daher, danke an den Daniel Schüch für die Information. Virtual Endurance Racing mit den Hassan Boris. Auf der 33. Position, die war ja das Team, was letztes Jahr so arg gebeutet war. Aber fahren hier eine Viper. Also, die haben auf jeden Fall Power unter der Motorhaube. Auf der 34. Position haben wir dann schon die Viper, die schon arg gittiert ist. Das sehen wir auch links und rechts, die Einschlagspuren. Die haben schon 2-3 Mal die Frontschürze verloren. Aber die haben genügend mitgebracht hier für das 24 Stunden Rennen. DR Motorsport. Auf der 35. haben wir den KRS SSR Motorsport. Da würde mich mal echt interessieren, wofür das KRS und SSR steht. Ja gut, vielleicht können Sie uns ja heute Abend mal erzählen. Auf der 36. Position haben wir den R4R Motorsport. Auf der 36. Position haben wir den MS RF2 Motorsport. Eines des, ja, gemischtes Team, spanischen und italienischen Fahrer. Das ist ja das Team, was ja vorne links den Reifen verloren hatte. Und dann Markus Erbe, No Talks Racing, auf der 38. Position aktuell. Da haben wir sie. Und die stehen auch schon wieder an der Box. Also da muss es denn doch wirklich gröbere Probleme geben. Damit haben wir sie mal jetzt aktuell alle so im Schnelldurchlauf gehabt. Und gehen mal zu Ihnen Daniel Lange-Hegermann. Weil der hat da zu kämpfen mit Equery Sim Motorsport AMR. Ah, der kann es natürlich wissen, wie mich der Karten wählen. Das ist Krumbach Racing Service und Soft State Racing. Stimmt, SSR, Soft State, kennen einige. Und Krumbach Racing Service. Okay. Okay, war das aber jetzt eben gerade nicht von Daniel Lange-Hegermann. Also ich weiß nicht, sobald wir ihn im Bild haben, ist bei ihm immer was los. Und immer komischerweise die Rouge, also mhm. Mhm, mhm. Ich glaube, die Kurve mag er nicht so gerne. Das Schlimme ist ja, ähm, wir haben ja immer noch 23 Stunden und 13 zu fahren. Vier Sekunden betritt der Vorsprung von Sebastian Röhn auf Marius Bärth von 3Ride Motorsport. Stefan Karnitz ist mittlerweile wieder in der Top Ten. Schreiten wir mal zu ihm, denn jetzt hat er zum zweiten Mal Christian Lehmann. Vorhin hat es ja nicht geklappt, weil ihm der hinterfahrende Alex Sturm da ein bisschen in Bedrängnis gekommen ist. Aber ob das jetzt, ähm, noch Nachfolgen haben wird, kann ich nicht sagen. Also ich würde es als ganz normales Renn, äh, Rennunfall werten. Aber wie gesagt, Live-Strafen wird es hier nicht gehen, wenn, denn nur im Nachhinein und dann auch nur als Protest. So, selbe Spielchen wie vor ein paar Runden schon. Das wird vor allem dann lustig so in einer Stunde in etwa, dann wenn die ersten Überrundungen dann kommen. Oh, noch keine Disconnect oder der anderen Ursachen dann kommen. Dann noch zu unterscheiden, ob es ein Zweikampf ist oder nicht. Das folgt ja nur noch über das Timing denn. So, jetzt, Chemistrate kennt Karnitz die Stelle auf jeden Fall. Er hat schon so einige Fahrzeuge überholt, weiß von daher auch, wie es geht. Und geht da auch an den Christian Lehmann vorbei. Oder, na, guckt mal, guckt mal, der wehrt sich da nochmal, der Christian Lehmann. Also, ohne. Wir wissen, Karnitz kann schneller. So, jetzt, rausstehen, fast ins Auto rein. Wollte ein bisschen spät bremsen und jetzt nebeneinander. Hoffentlich geht das gut. Dutsch, da gibt es den Anklopper Nummer 1. Der zweite, das ist dann schon wieder, naja, und beim dritten ist dann Adios. Aber er muss jetzt nicht nur nach vorne gucken, sondern auch nach hinten, weil der Alex Sturm von Ace Racing GT, der ist auch wieder dran. Wir wissen, der ist da vorne vorbeigegangen. Boah, die Spitze hier teilweise wirklich brennen. Wieder leichte Tuschierung zwischen RML und Kfz-Teile. Und wieder nebeneinander geht es jetzt Richtung Blanchiment. Der Motorsport AMG denkt sich, macht ihr drei da mal, wenn ihr euch gegenseitig abschießt, bin ich der Profiteur. Ah, ist das nicht schön. Ist das nicht ein geiles Bild. Oben laufen, wie gesagt, die Standings durch. Sollte die Anzeige oben stehen bleiben, einfach ganz kurz schreiben, dann aktualisieren wir das. So, und jetzt gibt es Klopfer Nummer, ich weiß gar nicht, mittlerweile drei oder vier, aber... Ja, jetzt gibt es auch die Lichthube von Lehmann. Ähm, okay. Alles weiter natürlich vorbei. Und geht da sogar, ich bin nur noch der Ace Racing. Ist dann vorbei. Sieht aktuell nicht so aus. Hier gehen damals Christian Lehmann. Schauen wir uns das mal an. Ah, ob er eventuell, ob der Chemistrate an Stefan kann es vorbeikommen. Und B, ob Alex Sturm da jetzt eventuell vorbeizieht. Er kann es deutlich besser durch die Uhu. Wenn wir nach vorne, da kam Karnis besser raus. Also bleiben wir mit der Kamera hinten. Aber wir sehen, er kommt nicht dran. Jetzt geht er raus und ja, er verhungert. Sobald er aus dem Schatten raus geht, toschieren sie sich fast. Aber das hat geklappt. Hier vorne ist auch alles in Ordnung. Wir bleiben trotzdem bei diesem Spielkampf immer noch. Beziehungsweise Karnis kann sich da jetzt schon ein bisschen absetzen. SimSport AMG ist jetzt ebenfalls dran. Und alle Sturm von X-Racing schiebt. Er sucht es da. An dem RML1er Audi R8 LMS Ultra vorbeizugehen. Aber es hat noch nicht geklappt. Aber er hat ja noch 23 Stunden dafür Zeit. So, RML Racing Team 3 darf jetzt übrigens wieder fahren. Um das nur ganz kurz in Informationsplan zu geben. Und wie gesagt, da ist bei Rick Engels auf den Desktop geflogen. Rejoin. So, jetzt sind sie aber beide dran. Riesen-Atenne da genau. Damit sie stört ein bisschen, aber na gut. So, Basdorf, da hat sich keiner getraut. Mein Lieben Christian Lehmann zwischen Betten. Zumindest der Ansturm nicht. Also, eventuell Chemist R8 wieder. Und Stefan Karnis, der fährt da vorne schon wieder ein bisschen weg. Also, der ist aus dieser Kampfgruppe raus. Vielleicht ist er aber ein bisschen froh, dass er jetzt ein bisschen freie Fahrt hat. Hätte ja eigentlich, wenn er nicht zu weit rausgefahren wäre, auf der 3 gestanden. Aber, ja. Und hätte damit ein blaues Blinklicht gehabt. RML hat zum Beispiel ein. Wie wir es jetzt hier richtig schön sehen. Und was wir hören und... Na, okay, sehen leider nicht. Aber das wird es wieder da. Ja, leider. Leider. Sag du mal, leider sehen. Nicht sehen. Ähm, nee, ja. Also, ich bin schwer begeistert, dass ich jetzt hier vielleicht mal ein paar Minuten doch am Stück hier sein darf. Es gab bisher wirklich ausschließlich Support. Und es ist wirklich verrückt. Also, die Anfangsphase, so gut wie der Start gelaufen ist, so viel Trubel gab es dann in den ersten Runden. Wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde, ja noch nicht ganz, 53 Minuten haben wir jetzt hinter uns. Und ich mag noch gar nicht dran denken, wenn wir dann morgen um 14 Uhr den Stream einmal kurz abbrechen, um dann zu sagen, so, wir... Jetzt kommt die letzte Stunde, die letzte. Ach, ja, nee. Also, die erste haben wir um und es war wohl so, dass doch einige Teams Probleme hatten mit der Verbindung hier. Andere Teams hatten auch ein paar Probleme mit ihren Gegnern. Es gab Beschwerden bereits. Und ich möchte doch mal grundsätzlich an alle appellieren, dass man ein klein wenig respektvoller fährt. Also, ich weiß, dass die meisten hier super gut unterwegs sind und auch den mit dem Respekt den anderen gegenüber zeigen. Aber der ein oder andere ist da vielleicht noch ein bisschen zu hart unterwegs oder wie auch immer. Also, es ist immer schwer als Externer das einschätzen zu können. War das jetzt wirklich zu hart oder ist es jetzt einfach nur von einem Fahrer, der jetzt vielleicht ein, zwei Begegnungen mit unterschiedlichen Gegnern hatte, wo die Situation endlich war, der dann schon so ein bisschen, wo dann so der Kamm so ein bisschen schwillt. Aber gut, das ist grundsätzlich, ist es natürlich schwierig mit so vielen Fahrzeugen hier auf so einer Strecke, die alle in einer Klasse unterwegs sind. Das war auch von vornherein nicht so beabsichtigt. Wir hatten ja ein Maximum von 36 Fahrzeugen, was auch schon fast zu viel ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass mit fortlaufender Meisterschaft, also mit den nächsten Rennen, weniger Teams am Start sein werden. Und, ja, nun hoffen wir doch mal ganz schwer, dass wir, dass das sich jetzt hier ein bisschen normalisiert und wir hier eine schöne Übertragung machen können. Und dass der Christoph das jetzt hier machen konnte, da sein konnte. Also, wenn Christoph nicht da gewesen wäre, hätten wir bis jetzt keinen Livestream gehabt, zumindest keinen kommentierten. Und, ja, großartige Geschichte. Also, Christoph, ich kann dir gar nicht genug danken. Du kennst mich doch. Ja, ja, nichtsdestotrotz. Also, es ist schon immer ziemlich cool. Also, naja, gut, gut. So, jetzt weiß ich nicht, hast du in der letzten Zeit mal irgendwie ein Ranking durchgegeben? Ja, wir sind einmal komplett durchgegangen. Ah, gut. Und ich sehe, dass Kfz-Teile Team 1, Kfz-Teile 24 Simracing Team 1 mit Daniel Hake mittlerweile in den Top 12 angekommen ist wieder. Der Daniel Hake hatte ja einen Freeze über 20 Sekunden, hat also mindestens 20 Sekunden verloren. Und das ist natürlich schon sehr bitter, wenn man sich das überlegt. Es scheint sogar noch mehr zu sein, weil wenn ich den Rückstand jetzt so sehe, wenn man weiter hinten fährt, kann man natürlich auch nicht die Rundenzeiten geben, als wäre man an der Spitze. Aber da ist schon etwas runtergegangen. Wir werden mal sehen, wie sich in den verbleibenden 23 Stunden und 4 Minuten sich entwickelt, wie die Herrschaften hier unterwegs sein werden und wie weit das Team noch nach vorne kommen kann. Und genauso natürlich das Team, wo ist denn jetzt, wo ist denn der Stefan Karnitz momentan unterwegs? Ich sehe den gar nicht hier gerade. Der ist aktuell auf der 9. Auf der 9. Der ist sogar noch weiter vor. Und der ist von 30 gestartet. Also du kannst die 9 sind. Gestern Abend, als du gesagt hast, Simracing for Holland von 27 auf 3. Und momentan ist Stefan Karnitz tatsächlich von 30 auf 9 gefahren. Und das ist in der ersten Stunde. Also der lässt es richtig krachen hier. Man muss ja sagen, er war ja leider Gottes in einer leichten Kollision mit den Allsturmen. Dadurch hat er ja nochmal drei Plätze eben vorhin verloren. Au. Aber er hat sich zurückgeholt, fair. Und das ist hier das Duell RML 2 gegen Sky Racing 1. Also die Games ist hier auch ordentlich. Audi gegen McLaren ist das hier. Würde man sagen, wir fahren mal im Cockpit mit von diesem wunderschönen McLaren MP4-12C, wie er ja richtig heißt. Ja. Ja, die haben ja jetzt nochmal ein neues Auto aufgelegt, was eigentlich nicht für einen Rennspot vorgesehen ist. Ein 1,2 Millionen Euro Auto. Nennt sich, ich glaube, 077 oder 177, 177, ja ich glaube. Also ziemlich, ja, so ein super Sportwagen. Also mit, ach, was weiß ich, wie viel PS. Und ich glaube bis zu 900 PS. Und, ja, also mit kompletter Formel-1-Technik, mit Curse, mit DAS und alles möglichen. Also, ja, für die Straße. Da staubt man ja nicht schlecht, wenn man irgendwo auf den deutschen Autobahnen unterwegs ist. Auf einmal, der vor dir, natürlich diesen Sportwagen, und klappt auf einmal der Heckflügel auf. Ja, ja, runter, 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 ja. Ja, ja, runter. Also, gut, auf der Autobahn wird er wahrscheinlich komplett unten haben, weil da gibt es wenig Situationen, wo man aus Kurven raus beschleunigt. Es sei denn, man fährt gerade rauf. Aber, nee, nee, ist schon eine tolle Sache, was es da so alles gibt. Und seitdem ich hier in München bin, sind ja solche Autos im normalen Straßenbild völlig normal. Also, was ich hier schon an Fahrzeugen gesehen habe, ist es wirklich so, wenn man hier früh morgens zur Arbeit fährt. Ich fahre ein bisschen von außerhalb nach Grünwald. Grünwald ist so ziemlich die teuerste Gegend in München. Und da sieht man frühmorgens mehr Porsches als Golfs. Also, es ist wirklich so, das ist nicht übertrieben, nicht mal ansatzweise. Und gestern hat mir ein Kollege gesagt, der Unterschied, also es gibt ja immer so eine kleine Rivalität zwischen Schwaben und Bayern. Also, das ist ja ziemlich, ja. Ja, und da hat mir einer gesagt, ja, in Stuttgart, wenn man 100.000 Euro über hat, kauft man sich eine nagelneue E-Klasse und in München einen gebrauchten Ferrari. Ja, das ist dann auch wirklich so, was sich hier auch so aufdrängt, wenn man hier von außerhalb hierher kommt. So, jetzt wird es aber hier richtig eng. Ja, aber es klappt noch nicht zwischen den beiden. Ich habe auch die Tage gelesen, man kann sich jetzt den alten Panos GTR, damals aus der FIA GT 99 oder 97, glaube ich, käuflich erwerben für die Straße. Ja, wir wissen, Panos, der Panos Aspirante, oder wie sie sich alle nennen, das waren ja alle stockhässige Autos eigentlich. Aber na gut, wen es gefällt, der sollte sie auch erwerben. Ich höre gerade, Dimitri Bucscha hatte ein Disconnect auf Platz 4 liegend. Oh. Das haben wir jetzt irgendwie nicht wirklich mitbekommen. Ja, Accurie, das ist der erste Martin. Aber jetzt geht hier erstmal Skybracing an. Ne, doch noch nicht. Da ist er raus. Dadurch ist Federsport Poland Team 1 auf die 3 vorgekommen. Vermute ich mal. Oder nie, die waren da schon die ganze Zeit vorher. Also die waren die ganze Zeit auf der 3. Der, der... So, warte mal, jetzt müssen wir mal... Ich muss mal, auch wenn das hier jetzt gerade sehr eng ist, mal schauen. Der macht aber einen normalen Boxenstopp. Das ist hier alles... Das ist jetzt hier vorne die Spitze. So, wo ist jetzt das Skybracing? Auf der... Da haben wir sie wieder. So, Marios Bett ist jetzt übrigens auch an der Box. Also wird dann auch gleich Sebastian Röhn. Und damit kann man schon mal sagen, gut eine Stunde, knapp über eine Stunde können die Fahrzeuge fahren. Ja. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob sie mit vollem Tank losgefahren sind oder nicht. Also das ist ja immer so ein kleiner Fragezeichen. Sag mal, sehe ich das richtig? WUD Multigaming mit Sebastian Deck auf Position 3? Äh, ja. Wie ist das denn passiert? Aber jetzt glaube ich in der Box, so wie es aussieht. Ne, das ist Rewrite. Ah, das ist Rewrite. Genau, Entschuldigung. Da haben wir sie. Auf der 2 jetzt schon mittlerweile? Also... Ja. Ach, das ist sogar ein Duell mit Andreas Laikam auf... Auf der Position 3, ja. Der Audi da vorne ist aber auch nicht so ganz slackfrei. Ja, starke Leistung. Also wir kennen natürlich Sebastian Deck aus der vorigen Saison. Eieieieiei. Das war noch der RML-Audi, der da mit involviert war. Moment, das gucken wir uns jetzt tatsächlich nochmal an. Oh, Reifenschaden hinten rechts beim... Audi... Hier das Überholmanöver. Und dann... Ui. Da taucht irgendwo hier... Audi auf. Ja. So, wir gehen nochmal zurück. Das ist die Startnummer. Ah, Kapsula. Upsala. Uiuiuiuiui. Oh, wie bitter. Ach du mein... Und der Splitter weg. Und alles mögliche weg. Ja, und Christian Lehmann fährt ihn denn noch hinten rechts auf... Hinterrad. Und damit ein Reifenschaden hinten rechts bei... Sebastian Deck. Und das sehen wir jetzt auch. Uiuiuiui. Da haben wir sie gerade noch so gut gelobt. Ja. Bytefonden, die eigentlich fahren. Uiuiuiui. Also das ist ja das Team, was ja damals zum Teil aus den Racing-Adsituation-Fahrern... Ja. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil... Der Kapsula hat einen ganz normalen Ping am Server. Also das ist alles im grünen Bereich, wieso der da rumgeleckt ist. Ja, wir haben es auch schon eben auf der Chemistrate gesehen. So ein bisschen laggy war. Aber der führende Sebastian Rhön ist jetzt übrigens an der Box. Ja. Oh, da wird sich der Sebastian Deck ärgern. Ja, das wird richtig bitter. Ah, Daniel Schüch saß mittlerweile auf dem RML-Audi drauf. Gar nicht mehr Christian Lehmann. Ja, der will mich gerade im Support haben. Geh da mal hin und hör mir das mal an. Ja. So, auf jeden Fall. Wir bleiben jetzt mal hier beim Fahri. Und oh, das tut mir so leid, weil wir wissen, Sebastian Deck, das ist ein richtig schneller. Und er hat auch richtig gute Mitstreiter in seinem Team mit Matthias Weber. Aber die kennen wir natürlich schon alle Jahre lang aus diversen Sim-Rating.org-Events. Also, da haben wir sie gerade noch so gut gelobt, dass sie auf der 2 oder auf der 3 fahren. Wir waren ja gerade im Zweikampf mit Andreas Leihkamp von den Indie und Sim-Rating. Und dann taucht auf einmal der Audi auf. Und der natürlich noch unverschuldet ist, fährt Daniel Schüch, den Sebastian Deck da aufs Hinterrad. Er konnte da nichts machen, der Daniel Schüch, ganz klar. Weil die waren alle sehr, sehr dicht dahinter. Aber Splitter vorne weg und Reifenschaden hinten rechts beim Fahri 458 von WUD Multigaming. Und das wird jetzt definitiv Zeit kosten. Ich kann mir sogar... Andreas Leihkamp war jetzt auch an der Box. Der war, glaube ich, nicht verwickelt in diesen Unfall. Das müsste ein Routine-Boxing-Stop sein. Da sehen wir mal, wie viel Zeit er da verloren hat. Also, man verliert in der Zeit so knapp eine Minute in etwa. Und Leihkamp fährt schon wieder raus. Und die waren ganz dicht beisammen. Also... Aber, Sebastian, wenn es in dem Auto bleibt, ganz ruhig bleiben. Das Rennen dauert immer noch 22 Stunden und 54 Minuten. Jetzt ist er da aufgebockt. Schauen wir uns mal eben das Auto an. Ja, also sehen wir, doch schon heftig libiert gewesen, der Fahri 458. Ja, aber ich vermute mal... Also, Christian wird jetzt auch gleich mal kommen hier zu uns. Christian Lehmann. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier eine ganz seltsame Sache war. Weil, wie gesagt, diese Lacks, das, was wir von ihm gesehen haben, das kann auch gut sein, dass der Rechner einfach in die Knie gegangen ist. Und, ähm, weil der Ping am Server von dem Fahrer, von beiden Fahrern war, okay. Also, keine Ahnung, was da jetzt los war. Also, sehr, sehr unschöne Situation, aber da kann jetzt nicht wirklich jemand was dafür. Was ist denn jetzt hier? Ich wollte gerade sagen, bei dir piept irgendwas im Hintergrund. Oh? Kaffeezeit etwa? Halb 5? Ja, nee, nee, keine Kaffeezeit, aber tatsächlich, ähm, ja, nee, ist ja erst halb 5, also halb 6 müssen wir das erste Mal den Stream unterbrechen. Äh, Christoph, wann hast du genau angefangen mit dem Stream? Also, ich glaube, kurz vor 3. Ja, okay, alles klar. 5 vor 3 in etwa. Ja, super. Auf der anderen Seite kann man das ja jetzt auch wunderbar. Ja, wir sehen. Ach, wir sind erst bei 1 GB. Das ist schön. So. Genau. Hätte ich S-Rechte, also S-Mind-Rechte, würde ich ja den Christian hochziehen. Leider kannst nur du das. Achso. Guten Tag, Herr Lehmann. Guten Tag, Herr Enger. Ja, jetzt ist die Laune, glaube ich, etwas getrübt gerade im Moment. Natürlich ein schlechter Zeitpunkt, um hier ins Interview zu kommen. Das wäre vor 5 Minuten vielleicht noch ein bisschen besser gegangen. So schnell verliere ich die Laune nicht, mein Gut. Ja, das ist mir schon klar. Das ist passiert, wir hatten das ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie mal sowas hatten. Also, ja, das Rennen ist ja noch lang genug. Warten, ne? Ja, ich muss schon wieder in den Super. Jo. Dann mache ich es halt. So, hallo Christian. Hallöchen. Ja, ähm, du bist der Start gefahren. Erzähl mal ganz kurz. Ui. Okay, da hat es im Motorsport-AMG aber kein schönen Glück eben gehabt. Ähm, ihr seid von der Position 3 aus gestartet und du warst dann ziemlich, okay, was heißt ziemlich? Übertrieben. Aber du warst ein bisschen weiter hinten, denn was ist denn da passiert? Hast du eher auf safe gemacht oder hast du den Start, ja, verpennt, auf gut Deutsch gesagt? Nee, eher lieber ein bisschen auf safe gemacht. Und ich muss sagen, die anderen kommen definitiv besser durch die Oroche durch. Da hatte ich so öfter mal meine Probleme. Ähm, ja, aber vor allem erstmal lieber ein bisschen. Auf safe gemacht, weil gut, das Rennen ist lang genug und es kann viel passieren. Hatten wir ja eben, glaube ich, auch gesehen im Stream. Ja. Naja, gut. Deswegen einfach erstmal ein bisschen safe gefahren. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was war jetzt bei euch kaputt am Auto? Wir haben gesehen, der Daniel ist ja unverschuldet den Sebastian hinten rechts aufs Rad gefahren. Dadurch hatte Sebastian ja einen Reifenschaden. Ähm, was war ja jetzt bei euch kaputt? Der Frontsplitter oder nur eine etwas heftige Beschädigung? Nee, der Frontsplitter war ab und auch einen Platten gehabt. Ich habe selber so genau ja gar nicht mitgekriegt. Ich habe hier gerade das Auto abgegeben. Wollte dann erstmal gemütlich eine Zigarette rauchen. Und ja. Und dann hörst du Daniel nur noch schreien. Naja, passiert halt, ne? Ja. Aber das Rennen ist ja noch lang, sollte man dazu sagen. Wir haben ja noch 22 Stunden und 50 Minuten. Also genügend Zeit, dass ihr euch wieder vorarbeiten könnt. Schauen wir mal, ihr seid aktuell auf der Position. War mir den Daniel? Okay, 26. Aber, ähm. Wie gesagt, ist es ja noch viel Zeit. Schauen wir mal. Spaß macht's auf jeden Fall. Ja, ich fühle mich, dass das eben so passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie wir da waren. Die anderen waren ja noch nicht in der Box. Aber, jo, shit happens, wa? Wir haben ja, wie gesagt, 22 Stunden, 49 Minuten noch Zeit. Gleich kriegen wir eventuell auch noch den Sebastian Deck ins Interview. Wenn man da seine Sichtweise darstellen kann. Schauen wir mal für WOD. Kannst du ihn doch holen. Der ist doch unten schon als Gast. Ja, ja. Achso, ja. Guten Morgen. Ja, bitte? Guten Morgen, Sebastian. Ja, morgen. Mittag, Abend. Halb 5, ne? Ja. Nachmittag. Wunderschönen guten Abend, ja. Ähm, Sebastian. Du warst ja jetzt leider unverschuldet involviert. Äh, boi, das war aber hier auch ganz schön knapp. Irgend mit den 7-Biedel. Das ist Z4 gegen SLS übrigens. Also 7-Biedel ist ja jetzt erstmal vorbei an Sim Motorsport AMD. Aber wir beobachten das weithin. Ja, Sebastian. Es lief ja richtig gut. Wir haben euch gerade so richtig schön gelobt. Und dann kam der eine Audi. Wie ist denn deine Sichtweise? Hat er da auch ein bisschen rumgeleckt? Oder, äh, wie ist er bei dir gewesen? Der Audi. Äh, rumgeleckt ist gar kein Ausdruck. Also erstmal war, äh, ne, ist wirklich so. Also der Start, der war Wahnsinn. Wir sind richtig gut nach vorne gekommen. Konnten Positionen gut machen. Äh, hatten richtig ordentlichen Sinn. Also es war ein langer Weg, äh, bis dahin, das Auto so, äh, hinzubekommen, wie es jetzt da ist. Also ein großes, äh, Lob an Multigaming. Ein wahnsinns Team. Und, äh, ja. Wir waren halt da ziemlich gut im Positionskampf. Und da habe ich mich vor Busstop an dem, oder an Busstop, äh, an dem Z4 vorbeigebremst. Zumindest bin außenrum quasi, äh, vorbeigefahren. Das war da ein, ein ziemlich geiler Kampf. Ähm, hab dann Oruge allerdings nicht so gut erwischt. Und ist der Z4 auf der Gran wieder vorbeigekommen. Und dann, ja, sind wir da in die besagte Kurve eingefahren. Ähm, was mich wirklich, äh, erstaunt. Das ist nicht nur am Test dran so gewesen, sondern hier leider immer noch, dass, äh, äh, bestimmte Temcars. Ich weiß nicht, ob es an der Maximal, äh, Anzahl auf dem Server liegt, an Fahrern. Oder einfach an der Internetleitung des besagten Fahrers. Das, mein war, war, äh, Erbe oder irgendwie so, habe ich Namen gelesen. Äh, das Temcars war gar nicht da. Da war nichts. Und auf einmal tauchte das aus dem Nichts auf, mitten auf der Strecke. Und ich hatte keine Chance mehr auszuweichen. Bin voll und da reingekracht. Dann ist von hinten noch ein Temcars, äh, an, äh, in mich gefahren. Weshalb ich dann auch diesen Reifenschaden erlitten hab. Also, Temcars... Ja, das war übrigens RML. Wir haben gerade hier einen. Ja, hat sich ja gerade das Auto abgegeben an Daniel. Und man hat auf einmal noch schreien, äh, hier kommt auf einmal raus. Es war genauso wie du's... Also so hat er es mir eben auch beschrieben. Also... Das ist wirklich komisch. Also das Temcars war gar nicht da. Dann auf einmal kommt's. Es ist auch komisch, wenn man hinter dem Auto herfährt. Ab und zu verschwinden die Reifen. Vorne weg, hinten weg. Dann das ganze Auto weg. Dann kommt das Auto wieder. Dann Hinterreifen wieder. Dann die Vorderreifen wieder. Also das ist irgendwie ein Verbindungsproblem oder sonst irgendwas. Also es ist... Das Auto verschwindet. Man sieht's nicht mehr. Man weiß nicht, wo derjenige ist. Allerdings bekommt man trotzdem Schaden, wenn man denjenigen dann, äh, erwischt. Ähm... Ich weiß nicht, ob man mit den Leuten mal sprechen muss, dass sie wüsste Internetleitung machen. Oder ob's irgendwie an der Mod liegt. Äh... Ich meine, es ist ja ziemlich performance-lastig. Aber, äh... Äh... Ich finde, solche Dinge dürfen maximal einmal passieren. Also, äh... Ich hoffe, dass das in den folgenden Rennen, äh... Bei den Leuten besser ist. Es ist blöd gelaufen. Man kann nichts mehr dran ändern. Aber es war halt ne... Ja... Heike Situation. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ziemlich ausgerastet, weil es wirklich wahnsinnig gut lief für uns. Äh... Wir hatten sogar jetzt noch, äh, zwölf Liter im Tank. Also konnten noch vier Runden fahren. Und... Also das, äh... Das ist wirklich... Das Auto liegt wahnsinnig gut und hat einen geringen Spritverbrauch. Also, äh... Damit könnten wir deutlich mehr Runden fahren als, äh, der Rest des Feldes. Und, äh... Ja, war jetzt ärgerlich, dass das genau kurz vor, äh, Stintende passiert ist. Dann habe ich das Auto direkt an einem Tierarzt abgegeben, der jetzt, äh... Auch so einen guten Job macht. Äh... Da werden wir mal sehen. Das Rennen ist ja noch lang. Und... Mal sehen, wo wir dann am Ende landen. In der Nacht, äh... Es ist ja auch ziemlich schwierig, die Strecke zu umfahren. Und, äh... Da wird man dann am Ende sehen, wo wir dann landen. Ob wir nochmal nach vorne kommen oder... Ob wir uns jetzt leider da hinten aufhalten müssen. Muss man sehen. Ganz kurz. Wir haben hier übrigens den Kampf um Position 12. Das ist Sim Motorsport AMR. Im ersten Markt den V12 Vantage. Dann haben wir dahinter RML 7.2 auf einem Audi R8. LMS Ultra Specification 2013. Und dahinter haben wir den David, oder auch einfach nur Scholli genannt. Putzke auf einem Fahrrad 4.58. Das ist die Specification 2012, ist das genau. Das 4.58, den wir hier haben. Also einen schönen Dreikampf rund um Position 12, 13 und 14. Ähm... Ja, Frage an euch beiden. Habt ihr eine Strategie jetzt eigentlich noch? Oder ist sie jetzt durch das Unfall jetzt eigentlich schon wieder... Könnt ihr Zette zerknüllen und in den nächsten Papierkorb werfen? Also ich würd' sagen, bei uns können wir so jetzt erst noch mal ein wenig überdenken. Aber, naja. Wie der Sebastian gesagt hat, das Rennen ist halt noch lange. Da kann noch so viel passieren. Schau'n wir mal, ne? Oh, jetzt hat sich da mal Carsten Fischer... Jetzt hab' ich grad mal ins Timing geguckt. Wo hat er sich denn jetzt... Hat er sich jetzt verfahren? Gucken wir mal. 14. Ui! Der hat sich ein bisschen verfahren, würd' ich sagen. Das ist diese Boxen-Einfahrt, wo ich sagte... Ui! Ja, 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 okay. Da kam er ein bisschen auf den Curb. Beim Anbrennen und dann, ja. Der Curb ist tückisch. Okay. Sag' einmal rüber. Und dreht sich dann nochmal in der Boxen-Einfahrt hoch. Aber, okay. Das wird mit Sicherheit jedes Team einmal treffen. Beim Carsten jetzt einmal... Früh und die anderen eventuell heute Nacht, wenn's dann ein bisschen dunkler ist. Ähm, ihr beide... Weiß gar nicht, habt ihr die blaue Blinklampe? Also, ich weiß, äh, äh... Ja, okay, dann haben sie beide, weil ich weiß, RML hat sie. Ähm... Wie fühlt man sich denn irgendwie... Ja, wie soll ich's beschreiben? Ähm... Ja, erzählt mir das Wort nicht ein. Verdammt. Hilfreich. Ja, hilfreich mit dieser blauen Blinklampe. Danke, Christian. Ob das hilfreich ist, also... Puh... Gar nicht so mit. Weiß nicht, wie das bei dir ist, Sebastian, oder... Bei anderen, ich... Ja. Muss, also, äh, letztes Jahr, ähm... Hat man das Blinklicht im Rückspiegel ziemlich gut gesehen. Dieses Jahr ist es mir jetzt noch nicht so aufgefallen, dass man es gut erkennen kann. Äh, da wird man wahrscheinlich eher die blaue Flagge sehen, als dass man, äh... Das Blinklicht von weitem irgendwo erkennen kann. Ähm... Es ist, ähm, ein cooles Feature, es macht Laune, weil, also wir haben, äh, waren ziemlich froh, dass wir das dann doch noch erhalten haben, äh, dadurch, dass wir in der Quali noch nach vorne gerutscht sind. Und, ähm, so, Lutz, hallo, hi. Hi, Sebastian. Hi, Christian. So, jetzt, äh, erstmal ganz kurz euch unterbrechen. Ich war jetzt gerade bei dem Team von Sektor F1 Junior und den Jungs tut es unendlich leid, dass sie... Also, die haben, wir haben jetzt wirklich... Also, ich hab noch nie ein Team erlebt oder einen Fahrer erlebt, der mit so viel Einsicht, äh, seine Disqualifikation vom Event, äh, zur Kenntnis genommen hat. Und die Jungs waren wirklich sowas von freundlich und nett. Also, das ist schon fast... Also, das tut einem schon fast weh, dass man die jetzt da rausnehmen muss. Klar, wir mussten, ähm, die Jungs vom Event, äh, canceln, weil es war halt... Es sind ja zwei Teams geschädigt worden, also richtig massiv. Und dann halt auch auf einer guten, äh, auf guten Platzierung, was letztlich gar nicht mal so die Rolle spielt, sondern einfach, dass sie halt Unfälle durch die mangelnde Performance, Rechner-Performance, Internet-Connection... Also, äh, Connection, wir wissen es nicht so ganz genau, ähm, was jetzt der eigentliche Grund war. Und, äh, der, äh, Carlos Lazzano sagte noch, dass der, dass der PC von dem Fahrer, der jetzt gerade am Steuer war, ähm, heute früh noch irgendwie ein Grafiktreiber-Update oder was auch immer gemacht hat. Und, äh, eventuell daher die, 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 diese, diese Lacks entstanden sind. Er hat wohl auch gemerkt, dass er kurzzeitige Freezes hatte, aber ob das jetzt der Grund war oder nicht, spielt auch keine Rolle. Die Jungs entschuldigen sich tausendmal bei all denen, denen sie da irgendwo im Weg rumgestanden haben. Und, ähm, äh, ich habe ihnen versprochen, dass, wenn sie ihre Probleme behoben haben, sie das nächste Mal wieder dabei sein dürfen. Passt, kein Problem. Kann jeden Part, sehr, und ich meine, ist halt so. Ja, geil. Stecken wir manchmal einfach nicht drin in der Technik. Naja, kann ja auch bei dir sein, dass du mal einen Freezes hast. Ich meine, hast du tausendmal nicht und dann hast du halt das eine Mal. Ja. Ja. Wie gesagt, ist so. Genau so sieht's aus. So, ihr Lieben. Ja, jetzt nichtsdestotrotz, Sebastian, äh, das wollte ich aber trotzdem mal von dir wissen. Ähm, ihr wart jetzt bis auf Platz 2 vor, bis zu diesem Vorfall. Ähm, wen habt ihr bestrochen? Beziehungsweise, was ist passiert? Äh, es ist gar nichts passiert. Nee, das ist einfach ein geniales Team. Äh, also, es ist setup-mäßig einfach, äh, wunderbar gewesen. Also, das Auto, äh, constant über den Stint, äh, Reifenabbau richtig gut. Also, äh, alle vier gleichmäßig. Wir hatten kein Untersteuern, kein Übersteuern, äh, es ließ sich richtig schön fahren. Und, äh, Matthias sagt, also der Teamchef sagt, es liegt wohl ein bisschen an meinem Fahrstil, dass ich weniger Sprit verbrauche. Äh, wir hatten jetzt bei dem Unfall noch 13 Liter drin. Also, wir hätten noch vier Runden ungefähr gekonnt, äh, bevor wir hätten stoppen müssen. Also, das ist schon deutlich länger als der Rest des Feldes, äh, wie Matthias, äh, jetzt noch länger fahren kann. Ich meine, wir haben das Sprit-Upgrade, aber, äh, dass das dann, äh, das andere Team, das auch das, äh, Sprit-Upgrade hat, äh, kann trotzdem nicht ganz so lang fahren wie wir. Also, es, äh, ist wohl eine Mischung aus Fahrstil und optimalem Setup. Ähm, jetzt ist nur leider das dazwischengekommen. Kann man nichts machen. Das Rennen dauert noch, äh, einige Stunden. Äh, mal sehen, wo wir dann am Ende landen werden. Also, würde mich ja total freuen, wenn, wenn ihr mal ein richtig geiles Erfolgserlebnis habt. Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr immer dupergut durch die Events gekommen werdet. Da gab's ja schon auch diverse Vorkommnisse. Ähm, nein, also, würde mich wirklich freuen für euch. Und, äh, ist es, äh, seid ihr wieder irgendwo zu zweit oder mit mehreren an einem PC oder, oder sitzen die jetzt alle online irgendwo? Ne, also, der Marvin fährt, äh, dieses Jahr nicht mehr mit. Also, der hat Simracing jetzt ganz dran gegeben, äh, also fahre ich jetzt bei mir zu Hause und der Rest des Teams so bei, ähm, der Markus und Detlef, äh, und ich. Wir wohnen relativ nah beisam. Wir wohnen alle in der Nähe von Aachen, äh, haben wir gesagt, wenn wir das Rennen zu Ende haben, gehen wir auf jeden Fall mal irgendwo was trinken. Weil, äh, den Markus, also, Detlef kenne ich, aber Markus habe ich noch nicht kennengelernt. Ähm, ja, aber wir werden wahrscheinlich auch nicht irgendwie alle an einem Recht. Rechner sitzen, weil, äh, dafür unsere Einstellung von R-Faktor und alles, was Lenkrad, äh, zu unterschiedlich ist. Weil wir, äh, drei verschiedene Generationen sind, dann ist das, äh, ist das schon ein bisschen komplizierter. Fährt jeder an seinem Rechner und, äh, ja, das ist... Ja. Ja, coole Sache. So, Christian, wie sieht es jetzt bei euch aus? Also, ich meine, jetzt, äh, wo seid ihr denn jetzt gerade? Äh, 21. 21? Äh, habt ihr noch so ein gutes Stück Weg, das, vor euch? Äh, haben wir auch noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber es ist, glaube ich, noch kein Rundenrückstand, oder? Äh, nee, sollte noch keiner sein. Ja, also ihr konntet jetzt ganz normal reparieren und wieder rausfahren, ne? Ja, war vorne split halt und der Reifen war platt, aber dann hat Reparieren... Also Zeit verloren in der Runde und dann die Reparaturzeit, aber ist jetzt nicht so dramatisch, als wäre es ein, ein Disconnect, ne? Nee, das wäre definitiv schlimmer gewesen. Naja, gut, jetzt wollen wir auch nicht darüber länger philosophieren, weil meistens passiert dann nämlich irgendwas. Ähm, genau, also dann sag ich mal ganz doll Daumen gedrückt, was da jetzt noch so kommen mag und dass es wieder nach vorne geht, dass es nach vorne gehen kann. Äh, hat ja der Kahn es gut gezeigt, also der fährt jetzt mittlerweile auf 4 für Kfz-Teile 24, Team 2 und, ja, der ist von 30 gestartet. Natürlich ist es deutlich schwieriger, jetzt nach anderthalb Stunden, ähm, wieder sich vorzuarbeiten, weil die Abstände viel größer sind. Äh, der hat ja vorhin dann irgendwie in einer Runde mal gleich mal drei Autos überholt, das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich, aber, äh, so auf die Distanz gesehen, so denn alles dann fehlerfrei läuft, sollte es ja dann wohl hoffentlich möglich sein, ne? Das ist doch, wenn es um die Top Ten geht. Oder noch ein Stück weit davor. Was habt ihr für einen Sponsor, wenn ich fragen darf? Äh, weiß ich gar nicht, das hat alles Daniel gemacht. RML. Das kann ich euch sagen, RML. Ja, RML. Eigener Sponsor. Nein, nein, ich meine jetzt im Manager-Modus, ja. Hat alles Daniel gemacht, müsste ich wirklich... Ah, okay. Na, na, naja gut, einer muss ja... Wenigstens wichtig ist, dass einer Bescheid weiß, genau. Daniel weiß bestens, über alle drei hat zwar alle gefragt, also von daher. Aber wir wissen, dass Wood, äh, das, ähm, Sprit-Upgrade gekauft hat, die haben sich schon verraten. Ja, das ist nicht so schwer zu erraten, das kann man ja sehen. Aber, ähm, man weiß halt nicht, was sie einsetzen. Also noch ist das ja, äh, einfach, äh, wenn man jetzt nur ein oder zwei Upgrades hat, dass man die einsetzt, ist ja auch okay. Aber wenn es dann mal drei oder vier sind, dann ist es natürlich nicht mehr so einfach zu erraten, welches eingesetzt wird. Also man sieht ja nur, was die Teams gekauft haben, aber es dürfen ja nur zwei immer zur gleichen Zeit eingesetzt werden. Und, ähm, von daher wird das dann, so die letzten zwei Rennen, wird das mal richtig spannend hier. Wenn wir dann auch noch Regen dazukriegen, dann wird es richtig spannend. Mhm. Vielleicht sollten wir ja den Regenreifen als Upgrade anbieten. Ja, so gut. Ja, klar. Genau. Okay. Ja. Gut, Jungs, ich bin erst mal wieder unten. Alles klar, Christian, schönen Dank, und wir hören uns ja sicher noch. Ich gehe davon aus, ja. Also, bis später. Ja, Sebastian, so sieht das aus. Also, auch für euch natürlich ganz toll. Wo seid ihr jetzt momentan? Wie weit hat es euch? Ich glaube, nach dem Stopp waren wir auf 16 oder so, hat der Detlef eben gesagt. Wer fährt denn da momentan jetzt bei euch? Jetzt momentan ja, Matthias Weber. Ach, da unten ist es, ja genau, ja, auf 18 seid ihr jetzt. Oder auf 18, okay. Ja. Naja, gut, da ist er nicht ganz so schlecht dran wie RML, aber gut. Aber ihr habt immer noch Daniel Hake hinter euch. Aber gut, auch den hat es ja erwischt. Der hatte ja das gleiche Leid wie ihr mit demselben Fahrzeug, demselben Team. Ja. So, und ich will es einmal wirklich loswerden, weil das liegt mir echt am Herzen. Der Kai Sichotzki ist hier oben im Welcome Channel und die haben für diese Saison leider kein Team zusammengekriegt. Er grüßt aber alle ganz herzlich hier und wünscht uns allen Teilnehmern hier und uns auch ein tolles Event. Und da sagen wir mal herzlichen Dank, mein lieber Kai. Okay. Genau. So. Wichtig. Irgendwas sollte ich noch sagen. Hab's aber vergessen. Ich denke mal, derjenige, der da mir das aufgetragen hat, der wird mich da auch nochmal dran erinnern. Ich kann nicht so wichtig gewesen sein, sonst wüsste ich's noch. Ähm, genau. Ich denke, ich bin da jetzt auch mal wieder unten zu meinem Team. Alles klar, Sebastian. Also, viel Glück euch und dass es wirklich auch in die Top Ten geht, weil das habt ihr euch definitiv verdient und vielleicht dann auch noch ein Stück weiter vor. Zeit genug ist ja noch. Ja, werden wir sehen. Dankeschön. Alles klar. Toi, toi, toi. Ciao. Ciao. So, Christoph. Nötz. Mann, ey. Das ist jetzt schon echt, also, so ein bisschen Magenkrämpfe entstehen da schon bei so einer Hektik. Also, ähm, ja gut, ich hab vorher gegessen. Also, von daher ist das alles im Grünen im Moment. Jetzt hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen das Tun auf der Strecke. Ähm. Positionskampfplatz 16 wird mir hier gerade angezeigt. Wir haben hier aber auch einen Positionskampf. Wo sind wir denn hier eigentlich? Jo, da haben wir einen Positionskampf. Und zwar haben wir den Jan von Merkatz und den Danny Hadlack. Dennis Hadlack. Entschuldigung. Ja. Da sind die... Fettteile gegen Rowe. Genau. Oh, Richtung Don Chimor. Also, zu zweit da. Ja, aber, okay, hat sich geklärt. Genau, und dann gehen wir mal ganz schnell nach vorne, weil da gibt's nämlich auch was zu sehen. Da fightet nämlich Threeride gegen Federsport auf Platz, um Platz 2. Und das ist doch mal, ja, eine nette Geschichte. Hier kommt er deutlich besser durch die Urouge. Der Herr Bert. Ich bin mal gespannt, ob er wieder irgendwie zwei Tüttel des Rennens fährt. Und das hier richtig geil. Und da geht Britschinski auch wirklich von der Linie. Soll wahrscheinlich sowas ähnliches wie eine Kampflinie gewesen sein. Aber das hat wohl überhaupt nicht funktioniert. Also, Marius Bert übernimmt hier die zweite Position. Und jetzt bin ich doch mal sehr, sehr dankbar für die ganzen Tipps, die uns hier ständig erreichen. Ich sollte vielleicht auch mal Skype anmachen. Sehe ich gerade. Kommt ja auch das ein oder andere Mal. Weil Facebook habe ich definitiv nicht auf. Also bitte, ähm, keine Nachrichten über Facebook schreiben. Und, ja. Also das ist schon ziemlich großartig. Bei jedem 24-Stunden-Rennen ist das so super geil. Wenn man so am Anfang ist und man guckt auf die Uhr und man weiß, man hat jetzt noch so gut 22 Stunden vor sich. Und dann, wenn die 20er-Marke geknackt ist, dann 19, 18 Stunden. Und das klingt noch fast noch mehr als 22. Also, ja. Und dann so früh morgens, wenn man so völlig im Eimer ist, dann so ab 7, 8. Dann weiß man auch, man hat immer noch irgendwie 8 Stunden vor sich oder 7,5. Also, das ist wirklich eine Faszination. Die kann man nur nachvollziehen, wenn man das einmal miterlebt hat. Das betrifft die Fahrer genauso oder die Teams genauso wie uns hier in der Moderatorenkabine. Also, großartige Geschichte. Skype Racing Team 2 gegen Airfactor Sim Motorsport. Der einzige Lamborghini LP 560-4 GT3 im Feld hier. So, das hat sich hier auch, glaube ich, so mehr oder weniger jetzt hier auseinander dividiert. Ja, es war mal eine halbe Sekunde. Aber, ja, du hast recht, das ist ein bisschen größer. Dafür habe ich aber das nächste, nämlich ein bisschen weiter dahinter. Nämlich, ähm... D-Racing gegen V12 Racing. Mhmm. Ja, ich bin... Ich habe das gestern schon während des Qualifyings mal erwähnt. Ähm... Wir haben hier eine Situation, also wenn wir uns mal überlegen, letztes Jahr mit der Einheitsphysik... Opsala, ich glaube, das ist ein kleiner Fahrfehler hier. Oder lässt er ihn einfach durch. Ja, der bleibt ihm gar nichts anderes über. Selten, also, eine Stelle, wo man nur selten Überholmanöver sieht. Ich glaube, das war auch nicht so ganz gewollt hier. Oder es war wirklich ein freiwilliges Platz machen. Also, wie ich habe das gestern während des Qualifyings schon erwähnt. Wir haben hier die Situation, dass wir irgendwie neun verschiedene Marken in der Meisterschaft haben. Und alle neun sind benutzt. Letztes Jahr hatten wir ein paar mehr zwar, aber drei oder vier, die gar nicht gefahren wurden. Oh, hier geht das ja sowas von eng zu. Ja, das war ein Positionskampf, Kfz-Teile 24, der Audi gegen Wood Gaming oder gegen D. Ach, das war sogar... Ne, das ist jetzt hier das Duell, Daniel Hake gegen Matthias Weber. Ja. Also, das ist sogar ein Dreikampf. Aber der Audi muss er ein bisschen abreißen lassen anscheinend, der Jan van Aircats. Also, jetzt hat das Duell Daniel Hake im BMW Z4 gegen Matthias Weber im Ferrari 415. Genau. Ja, wie gesagt, und wir haben ja jetzt hier differente Physics. Das heißt, also die Fahrzeuge sind ja fast wie in der Realität bestückt. Also, mit unterschiedlichen Gerichten, unterschiedlichen Leistungen, unterschiedlichen Drehmomenten. Und, ähm, aber auf die Distanz sind die sehr, sehr ausgeglichen, die Fahrzeuge. Das eine Fahrzeuge hat da ein bisschen Vorteil, das andere dort. Ähm, und es wurden tatsächlich alle von allen Marken zur Verfügung stehenden Marken mindestens eins gewählt. Und das ist schon eine Situation, wenn ich mich entsinne, letztes Jahr an die letzten Rennen, da fuhren eigentlich nur noch Audis und Ferraris. Also, was anderes war da gar nicht mehr zu sehen. Und, ja, das ist natürlich jetzt hier schon ziemlich cool, dass das jetzt so ist und dass wir hier wirklich eine Markenvielfalt haben, die auch wirklich Spaß macht. Auch wenn eine leichte, ja, eine leichte Ferrari-Dominanz zu erkennen ist, aber es ist noch völlig im grünen Bereich. Also, ich bin da schwer begeistert. Und jetzt ist Haki hier richtig dran, hier in der La Source, kann sich jetzt in der Rouge den nötigen Windschatten verschaffen, um vielleicht am Ende der Camel Straight dann den Ferrari hier von Matthias Weber zu überholen. Frage ist halt immer, wie man hier rauskommt. Und da kommt Weber auch quer und man ist auch so fair und gibt sogar noch Lichthupe. Also, ich muss mal ehrlich sagen, Leute, das ist mal ganz, ganz großartig. Vielleicht war das gar nicht so uneigennützig, weil, naja, er schafft es noch rechtzeitig. Also, da war der Schwung, den er verloren hat, doch etwas größer. Also, nach dem anfänglichen Theater hier, oder, na, Theater ist übertrieben. Nach den anfänglichen Problemen hier beim Rennstart, viele Teams irgendwie, bei Notox 2 wurden Runden nicht gezählt. Und was wir nicht alles hatten jetzt hier am Anfang, ist es jetzt doch genau das Rennen, was wir eigentlich haben wollen. Nämlich Positionskämpfe, Spannung und vor allem auch eine ausgeglichene Leistung der meisten Teams. Also, feine Sache. Und Stefan Kahnis fährt auf Platz 4. KZ-Teile 24. Team 2. War der jetzt eigentlich schon einmal in der Box? In der Box? Außer jetzt bei seiner Strafe. War er mit Sicherheit. Ähm, also, wie sieht's überhaupt aus mit den Stay in the Garage? Second Penalty, No Text. Das ist, ja, wir haben auch keine Teams hier mit Drive-Two-Strafen. Ähm, ja, das kann ich jetzt, äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das irgendwo sehen kann. Ja, sicher könnte ich das sehen, da müsste ich jetzt die Log-Datei durchsuchen. Hm. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, äh, was auch immer er gemacht hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass er 40 Runden in einem Stück geschwahren ist. Also, an der Box gewesen sein wird er schon. So, da haben wir noch ein Bild. Ja, da wird eben auch Platz gemacht. Also, sorry, Leute, ich weiß, dass der ein oder andere Probleme auf der Strecke hatte mit einem anderen Fahrzeug, aber im großen Ganzen ist das die Fairness, die wir hier eigentlich gewohnt sind. Ich bin schwer begeistert gerade. Und endlich mal wieder ein Zuffenhausener Auto in den Top 5. Das ist auch schön zu sehen. Das haben wir letzte Saison komplett vermisst. Der 4 gegen Viper. Nächstes Duell. Kampf um die 5. Platzierung in die Peninsula 3 gegen... Bansai Motorsport. Also Bansai dann wohl in der Viper, oder? Ja, genau. Was ist das hier? Sollte die Viper sein. Aber der Leitkamp ist ja schon vorbeigegangen. Das haben wir jetzt natürlich verpasst. Und hoffen wir mal, dass die Viper da noch ein bisschen rankommt, damit sie auch wieder ein schönes Duell haben dahinter. Das ist schon Wittschwurt. Ja, richtig. Und das ist auch eine Geschichte, die finde ich ziemlich genial, weil jetzt, na gut, dass jetzt Wittschwurt mit dem Fabio in Richtung Sebastian fährt, Sebastian Rhön fährt, ist eher nicht zu erwarten. Aber von Platz 16 gestartet, bedeutet jetzt auch hier für Wittschwurt eine richtig gute Verbesserung. Nämlich momentan auf Platz 7, wenn ich das hier gerade sehe. Richtig sehe, ja genau. Also das ist natürlich auch, freut mich total, auch ohne Alex Piccolo, der hier nicht mehr fahren will, weil die anderen Teams ihn nicht mehr fahren haben wollten. Und ja, also von daher ganz, ganz fantastische Sache und freut mich sehr für die Jungs aus Italien. Das ist ja ein englisch-italienisches Team, also der Team Leader sitzt, ist ein Italiener, lebt aber in Großbritannien. Und deswegen ist es eigentlich ein politisches Team. Aber, ja, uneigentlich sind es irgendwie alles Italiener. Genau. So, jetzt hier ein Angriff in der Blanchement. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wenn jetzt noch der Konter kommt, vor der Bus Stop. Ja, außenrum und... Oh, nee. Das wäre etwas optimistisch gewesen. Ja, vielleicht kommt er ja jetzt nochmal ran. Demonstrate, wenn er die Uhus gut trifft, aber... Witchwood, ja, kommt ebenfalls gut durch. Okay. Ja, nee, also das halte ich für aussichtslos, dass er da jetzt den Zustand zurückfährt. Ja, nee, den Rückstand zufährt. Ähm. Ich habe immer noch nicht die nötige Ruhe, die ich hier bräuchte. Also ich kann euch versichern, dass die Geschwindigkeit, mit der ich Worte spreche, morgen Nachmittag deutlich geringer sein wird. So, Botnarenko hat sich wieder gefangen, wenn auch auf Platz 9. Also der Disconnect hat ihn doch, ja, hat ihn zumindest aus der Spitzengruppe rausgezogen. Das ist, ja, auch normal. Also Disconnect heißt hier im Fall, wenn man das in die Realität umsetzen will, größerer Unfall mit Reparaturpause. Da gibt es dann halt 10 Minuten Strafe. Je nachdem, wo das passiert auf der Strecke. Wenn es in der Box passiert, sind es immer 10 Minuten. Ähm, wenn es auf der Strecke passiert, muss man die Zeit von der, von dem Ort des Geschehens bis in die Bombs, ähm, abziehen. Also das wird, nein, nur diese Zeit wird berechnet. Das, was schon gefahren wurde, wird abgezogen von dieser, von diesen 10 Minuten. Also im Schnitt stehen die dann so 7, 8 Minuten, wenn es dann auf der Strecke passiert. Oder wenn sie großes Glück haben, es passiert direkt in der Startung, äh, Vorstart und Ziel, dann haben sie nur die Mindeststrafe. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles nicht so, ähm, dramatisch, weil die meisten, die, die es dann wirklich hart trifft, die haben das Problem halt, äh, dass sie in der Box beim Fahrerwechsel ein Problem haben. So, jetzt kommt hier der Angriff. Kommt da der Angriff? Die Viper? Das ist, glaube ich, eher eine Überrundung, oder? Ja, das sollte eine Überrundung sein. Ingo Schmidt? Ja, das ist eine Überrundung. Sollte er aber auch gucken, der gute Ingo. Es gibt da Lichthupe. Das sollte jetzt so sein, dass er da, da sind etliche blaue Flaggen. Ja, das hat super gut geklappt. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass zum Beispiel Ingo Schmidt, der hier auch schon viele, viele Jahre dabei ist, genau Weißwasser tut. Also, dass er nun nicht an jeder unmöglichen Stelle den Gegner jetzt vorbeilassen mag, das ist völlig gerechtfertigt. Der wartet, da muss halt der hinterherfahren, da auch mal warten, bis eine geeignete Strecke ist, weil nichtsdestotrotz, auch wenn er überrundet wird, fährt er trotzdem sein Rennen. Und zusätzlich Zeit zu verlieren, ist einfach unsinnig. Und so macht er dann lieber, wenn er sowieso anbremsen muss, fährt er dann eine weitere Linie und lässt den anderen durch und alles ist gut. Echory, dem Motorsport AMR gegen WorldGraf GTR 30 Team Racing. Ja. Erste Martin gegen McLaren ist es hier. Ja. Aber, ja, unsere Freunde aus der Ukraine. Also, das Ganze heißt ja nicht umsonst International Multileak. Und jetzt muss man allerdings auch sagen, dass wir hier, dass das alles Teams sind, die schon seit vielen, vielen Veranstaltungen hier bei uns fahren. Und ich finde es einfach immer wieder großartig, dass diese Teams immer wieder kommen. Ich meine, die haben Zeitunterschiede, die haben Verständigungsprobleme. Warum sollte ein Team aus der Ukraine nun zwingend in Deutschland Rennen fahren? Und das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es ihnen einfach Spaß macht. Und das wiederum freut uns natürlich, die das organisieren. Wobei das Wort uns sollte ich zumindest momentan gar nicht in den Mund nehmen. So, wir bleiben aber bei diesem Duell, weil jetzt könnte es passen. Hat auch jetzt so weit gepasst, oder hat es gepasst? Nee, der Aston Martin ist nach wie vor vorne. Christoph geht mal in ein kurzes Päuschen, das hat er sich auch verdient. So, jetzt wird es aber hier wirklich spannend. Der Renni Kirchhoff hier für Rohre in dem SLS. Gegen den Alex Rieners von Ackery. Und dahinter Will Crave mit Daniel Lange-Jägermann. Also das ist hier ein Dreier, ein flotter Dreier, der um die Position 12 fährt. Gott, Gott, Gott. Ja, hier geht es natürlich jetzt zu, wie auf dem Bauernhof. Der Fuchs bricht in den Hühnerstall ein. Das heißt, es gibt zwar nicht so wahnsinnig Positionswechsel, also die flattern nicht wie wild durcheinander, aber das sieht schon alles ziemlich hektisch aus hier momentan. Aber glaubt mir, das ist alles genau getimt. Oh, der SLS ist hier sehr weit rausgekommen, ausgangster Rouge. So, jetzt kommt hier der Angriff. Jo, und passt das? Passt das nicht? Da versucht Kirchhoff noch dagegen zu halten, aber jetzt stellt das Auto auch noch ein bisschen quer. Ja, sind aber immer noch nebeneinander. Und jetzt ist es, glaube ich, erst mal hinzunehmen, was hier passiert ist. Lange Hegermann erst mal vorbei. Sprich, Willgrave an Rove vorbei. Da hat man René Kirchhoff. So, und das ist jetzt nicht sein Ernst, Herr Kirchhoff. Das ist nicht... Ne, das ist auch nicht sein Ernst. Ja, das nenne ich mal richtig... So, wir gucken derweilen mal auf die Position 8. Naja, da ist jetzt schon ein bisschen was dazwischen. Da fährt nämlich Banzai gegen LSF. Der Patrick Rall gegen Julian Sienbiedel. Banzai auf 8, Sienbiedel auf 7. Aber der Abstand ist jetzt gerade ein bisschen größer geworden. Deswegen gehen wir jetzt noch mal zurück zu Kfz-Teile. Zum Daniel Hake. Der macht nämlich weiter Alarm. Der will hier auch vorbei an dieser Truppe. Der ist jetzt momentan dran an dem zweiten Rove. Am SLS vom Team 2. Und der wird pilotiert von Dennis Hattlack. Und ich glaube, der Daniel Hake, der ist jetzt auch schon von Beginn an drin. Das heißt, der fährt jetzt schon knapp zwei Stunden. Also eine Stunde 50 Minuten oder 47 Minuten. Je nachdem, wie man es will. Und der fährt, glaube ich, auch ein bisschen mit Messer zwischen 10. Weil theoretisch sollte er vor Sebastian Röhn fahren. Oder zumindest zusammen mit Sebastian Röhn um die Spitze fahren. Der wiederum hat ungefähr 15 Sekunden Vorsprung auf den Marius Bärth. Und der Marius ist zumindest in seiner besten Runde war eine halbe Sekunde schneller. In der letzten Runde acht Zehntel als der Sebastian. Also ups, und jetzt geht es hier zur Sache. Ja, da wird auch gar nicht lange gegen gehalten. Hake geht vorbei. So, und jetzt kann er natürlich dann erstmal sich in Richtung Alex Rinas aufmachen. Dann kommt Renny Kirchhoff, der mittlerweile vorbei ist an dem Accurie. Aston Martin. Und Renny Kirchhoff kann sich dann jetzt wieder mit Daniel Lange-Jägermann beschäftigen. Der noch vor ihm fährt. Knappe Sekunde. Und das wird natürlich jetzt hier eine ganz spannende Geschichte. Weil, wie gesagt, Daniel Hake jetzt auf dieses Duell da vorne aufläuft. Oder auf dieses Duo. Die Frage ist natürlich jetzt, wie waren gerade die Strategien? Wer ist da noch mit welchen Reifen? Wie viel Reifen ist? Oder wie ist der Zustand der Reifen? Aber, ja. Gewicht des Fahrzeugs, Spritmenge. Das sind jetzt so die Sachen. Uppsala! Und da fliegt... Nein, nein, nein. Das ist ja wirklich bitter. Da fliegt der Alex Rinas ab. Wir schauen noch mal, ob wir die Situation hier kriegen. Ach, ich liebe dich. Jo! Oh! Ja, da gab's... Oh, das ist natürlich ganz, ganz unangenehm. Er versucht, das Auto hier noch abzufangen. Bremst ihn jetzt ein. Ja, da hat's einen Stupser gegeben. Von Matthias Leibold. Und schlägt auch hinten ein. Ja, 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 ja. So, ist jetzt auch schon in der Box. Da bleibt nur zu hoffen, dass der nächste Boxenstopp nicht so weit entfernt war. Sodass das jetzt noch irgendwie mit der Strategie wieder irgendwie hinzurechnen ist. Meine Zeit genug ist noch. Aber das passiert halt. Das passiert halt. Matthias Leibold war überrundet. Also, es war eine Zurückrundung. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Für den Alex. Aber nichtsdestotrotz... So, gucken wir mal hier wieder hin. So, das Rover-Auto macht ja gerade irgendwelche wilden Dinge. Nämlich, dass da so ein bisschen aus, ob er fast von der Strecke abgekommen wäre. Ist er aber nicht. Aber dafür hat er den Daniel Hake jetzt im Kreuz. So. Oh, Herr Hakel. Wir wollen doch jetzt nicht, dass da jetzt nochmal, wenn es denn jetzt gerade mal wieder so schön nach vorne geht, da wieder irgendwelche Sachen passieren. Ja, dieses blaue Blindlicht in dem Z4 von Daniel Hakel, das zeigt an, dass es ein Top Ten Pilot aus dem Qualifying ist oder ein Top Ten-Team. Die Top Ten des Olifyings kriegen dann jeweils dieses Lämpchen ins Auto gepappt. Damit man, wenn man hier nur in einer Klasse unterwegs ist, ist es ja wirklich sehr schwer zu erkennen im Dunklen. Naher, kann der wirklich da ranfahren oder nicht? Ist das einer, der grundsätzlich schneller ist als ich? Wie auch immer. So, jetzt hier aber der Gegenangriff von Rover gegen Wilgrave. Wilgrave hier aus der Rouge, nicht so sonderlich gut rausgekommen. Grobe ist vorbei. Frage ist jetzt, kann Hakel da noch auch mitziehen? Das tut er und versucht gleich das Double hier zu fahren. Das funktioniert aber nicht. Aber Daniel Lange-Higermann muss ich jetzt erstmal von dem Schrecker holen. Gleich zwar zwei Autos an ihm vorbei. So, und Meister Hakel macht jetzt hier aber richtig Druck. Wir gucken uns mal die Abstände an, die er hier fährt. Junge, lass dich nicht blitzen, ey. Ich sag's dir. So, ich bin von meinem Boxenstop auch wieder da. Ah ja, okay, das ist schön. Dann würde ich nämlich mal gerade einen einlegen, ähm, weil, ja. Ja, oben ist noch einer im Support übrigens. Oh, echt? Ja. Aber ich habe gar keinen Match gekriegt. Zukowski, Radek. Okay, dann gehe ich mal da hoch. Alles klar, so. Muss ich erst mal gucken, wo sind wir? Aha, da sind wir. Das ist denn das Duell Kirchhoff gegen Lange Hegel. Der sitzt immer noch im Auto, ne? 22 Stunden noch. Knapp. Das ist der Kampf um Position 14 hier. 13, 14. Daniel Hake auf der 12. Der kann sich davon ein bisschen absetzen, aber dahinter geht's auch richtig zur Sache. Aber das scheint mir da eine Überrundung zu sein. Wir gehen mal eben zu Daniel. Wollen wir uns das mal an. Jetzt kommt da noch ein Porsche. Wer ist das? Das ist Matthias Leibold. So, der Rove SLS fliegt in die Box ab. Damit hat sich das eigentlich auch erledigt. Genau. Da haben wir ihn eben gesehen. Jetzt versuche ich nochmal auf den Rove SLS zu schalten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, Christoph, ob du das mitverfolgt hast, was jetzt hier passiert ist? Nee. In den nächsten Runden? Jetzt gerade nicht, aber ich kann dir sagen, dass der Rove SLS an der Box ist. Der, aber der andere, er hat im Zweikampf... Ja, das war jetzt ein sehr, sehr harter Zweikampf zwischen Matthias Weber, Daniel Lange-Jägermann, Renny Kirchhoff, Daniel Hake. Daniel Hake ist jetzt hier durch. Es gab leider noch mit dem Alex Rinas noch ein Problemchen. Also der ist vom Matthias Lange-Jägermann da ein bisschen unsanft in der Lange-Jägermann abgedrängt worden. Ist dann ziemlich heftig eingeschlagen. gleich Nee, nee, Leibold. Das war irgendwie... Nee, Leibold fährt glaube ich weiter vorne. Ach, Liekam. Liekam. Nee, nee, von Matthias. Genau. Und ja, jetzt sind die natürlich dann erstmal ein bisschen weiter nach hinten durchgereicht worden. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass die wieder nach vorne kommen. und ja, Hake hat jetzt hier wirklich in den letzten Runden ich glaube vier oder fünf Positionen gut gemacht also, bis dahin ich gehe dann auch erst mal was essen und ja, bis klein Guten Hunger Danke Dann würde ich mal sagen, die nächste Stunde ist schon fast rum wir machen einmal ganz kurz Standing, wie es dann aussieht nach einer Stunde und 56 Minuten Achso, kannst du in 15 Minuten einmal kurz unterbrechen falls ich dann noch nicht wieder da bin? Okay So, also es sieht wie folgt aus es führt weiterhin der Nissan GTR von Notox Racing Einzelbass im Rölm sitzt immer noch am Steuer mit knapp 11,5 Sekunden Vorsprung vor diesen Fahrzeug hier 3Ride Motorsport Marius Baird auf der zweiten Position auf der 3 Federa Sport Poland 1 auf dem der ARIS 458 auf der 3 auf der 4 haben wir dann Chaos Test Teile 24 Sim Racing 2 mit dem Stefan Karnitz auf der 4. Position auf der 5 Independent Sim Rater 3 Andreas Laikam auf der 5. Position auf der 6 auf der 6 haben wir dann Fabio Cangio die Witchwood Ferrar nee BMW fahren sie BMW Z4 auf der 6. Position auf der 7. Position haben wir dann die LSF Racer Julian Siedenbietel ebenfalls auf einem Z4 GT3 auf der 7. Position auf der 21 äh auf der 8. Position Entschuldigung der nächsten Nissan GT3 nämlich Alex Sturm Ace Racing GT auf der 9 Sim Motorsport AMG auf dem SLS auf der 9. Position auf der 10 Sim Race 3 Miguel Vasquez auf einem Nissan GT3 auf der 10. Position auf der 11. Position haben wir dann Daniel Hake Kfz Teile 24 Team 1 auf der 11. Position auf der 12 Rove Sim Racer P R L 1 auf der 12. Position auf der 13. Position haben wir dann Worldgraf GTA 30 Team Racing mit dem Daniel Lange Higermann auf der 9 BUD Multigaming Matthias Seba sitzt dort am Steuer des Fahrer Rigs 458 Italia auf der 15 Kfz Teile 24 Team 3 Jan von Merkatz auf der 15. Position aktuell auf der 16 Bansai Motorsport Markus Vogt auf der 16. Position auf der 17. haben wir dann Daniel Schüch RML Racing Team 1 auf Position 17 aktuell auf der 18. haben wir Skype Team Racing 2 auf der 19. Position David Putzke in den Sim Racer 1 auf der 20 haben wir dann R-Factor Sim Motorsport den Sergio Bengual auf dem einzigen Lamborghini Gallardo GT3 im Feld also auf der 20. Position auf der 21 Sim Racing PL Race Board offen für Arif 58 auf der 22 RML Racing Team 2 Carsten Fischer auf der 23 Skype Team Racing mit dem Matze McRae äh Marcel Passnicki Skype Team Racing 1 Marcel Passnicki so rum dann haben wir auf der 24 Rover SLS P RL 2 Matze McRae auf der 24 jetzt stimmt auch wieder alles auf der 25 Independent Sim Racer 2 Matthias Leibold auf dem Porsche 997 GT3 R dann geht es weiter genau GT Racing auf der 26 auf der 27 V12 Racing Team auf der 28 haben wir ein Accurie Sim Motorsport AMR auf der 30 Satellite Racing Team 1 auf der 31 haben wir ein Accurie Sim Motorsport AMR 177 auf der 31 Position auf der 32 Position haben wir ein Alexander Rütt RML Racing Team 3 jedenfalls auf einem Ferrari 458 auf der 33 Virtual Endurance Racing auch besser bekannt als VE Racing Udo Wagner sitzt dort am Steuer der Viper GT3 R auf der 33 Position 34 BR Motorsport mit dem Ben Rützel sind auch gerade an der Box das ist das Team das schon heute so einige Frontschützen verloren hat und die Fahrertür wenn wir uns mal diese Ansicht anschauen sieht auch nicht mehr so original getreu aus hier die Seite sowieso das ist schon ein bisschen hier das Auto auf der 34 KRS und SSR Motorsport mit den Heiko Brustin auf der 35 Position auf der 36 Position haben wir ein R4R Motorsport auf der 37 MS RF2 Motorsport die hatten ja heute schon ein Rad ab vorne links also am Auto ob sie ein Rad ab Kopf haben das kann ich nicht beurteilen auf der 38 haben wir Markus Erbe mit Notox Racing 2 und schon aus dem Event raus Sektor F1 Engineering Junior auf der 39 und letzten Platzierung so hier gehen mal auf die 6 Position Witchwood da könnte eventuell nochmal spannend werden gleich wenn es denn um den 5 Platz geht Andreas Leikam haben wir da vorne wir gucken uns mal die letzten Runden Zeiten an und da sehen wir dass Witchwood 13 ungefähr schneller war als Andreas Leikam im Independence Simulator 3 BMW Z4 GT3 also ein BMW Duell hier Frage ist natürlich wer hat welches Upgrade drin sind eventuell diese 40 Kilogramm weniger Ballast drin oder ist es ein was den Boxenstopp beeinflusst das das weiß ich nicht könnte ich mir zwar jetzt anschauen aber würde ich denke ich mal zu viel verpassen vom Rennen hier und jetzt sehen wir wie der Fabio Cancioli da ganz schön rankommt und für alle die die jetzt sagen oh Gott jetzt beginnt gleich Petit Le Mans ich kann euch beruhigen sollte da irgendwas passieren während unserer Übertragung denn werden wir euch das natürlich als allererstes erzählen damit ihr auch ja nichts verpasst hier beim ersten Lauf der NGT3 Team T-League Championship hier beim 24-Stunden-Rennen in Spa Franco-Champs und wie gesagt morgen früh können wir dann sogar von der World Endurance Championship berichten wenn sie morgen früh zum 6-Stunden-Rennen Gucci starten also ihr verpasst wirklich nichts hier wir halten euch soweit wir denken auf den laufenden Stand also ich denke mal das eher ich machen Lutz denke ich nicht aber wir sehen Kanjoli kommt jetzt erstmal in die Box dann schauen wir uns es am besten an die Boxengasse und sehen wie eng das hier ist eigentlich sehen dass er eine der unteren Boxengasse hat fahren ja hier die Indurance Boxengasse da vorne sehen wir den Lambo den einzigen im Feld da vorne die Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So, wie gesagt, wir beobachten nebenbei das Petit Le Mans, also zumindest ich. Von daher werdet ihr garantiert da nichts verpassen an diesem Samstagabend. Wir haben es 17.30 Uhr. Das heißt, wir unterbrechen gleich mal den Livestream. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach... Also, bis gleich. Also, bis gleich.